Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 30. Dezember 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Hallo. Ja, das Jahr 2018 neigt sich wieder dem Ende zu. Ja. Was heißt wieder? Wir sind in einer Dauerschleife. Wir machen gerade eine Inception durch. Nein, also das Jahr 2018 zum ersten Mal, aber wieder ein Jahr. Vorbei. Wieder ein Jahr vorbei. Und ähnlich wie wir es letztes Jahr bereits gemacht haben, haben wir uns vorgenommen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Genau, wie angekündigt, wie versprochen. Wie versprochen. Ja, letztes Jahr haben wir das gemacht erst im Januar, also kurz nach dem Jahreswechsel. Okay. Da haben wir es nicht mehr ganz geschafft. Diesmal kurz vor dem Jahreswechsel. Wie man es macht. Genau, so wie man es üblicherweise machen sollte zumindest. Wobei wir uns ja keinen Konventionen beugen. Nein, gar nicht. Uns ist ja das eigentlich total egal. Wurscht. Ja, was erwartet euch jetzt in dieser Episode? Wir werden so ein bisschen zurückblicken auf das Podcastjahr. Also ein paar Zahlen zu unserem Podcast selbst. Und wir werden natürlich uns die Filme anschauen, angucken, die wir geguckt haben im Jahr 2018. Allerdings unter der Prämisse, dass wir nicht über Filme sprechen, die wir hier in diesem Podcast schon besprochen haben. Sondern da wir beide ja auch sehr viele zu Hause gucken und auch sehr viele ältere Filme gucken, die wir halt nicht im Kino sehen konnten oder wollten. Und dann haben wir uns gedacht, unser Jahresrückblick wird sich dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr eben nur auf Filme beschränken, die wir jetzt hier noch nicht besprochen haben. Und die wir halt zu Hause geguckt haben. Sonst wird es langweilig, weil sonst reden wir das ganze Jahr nur über Avengers Infinity War. Ja, das haben wir auch schon besprochen. Ihr könnt euch gerne natürlich auch die Episoden anhören, wenn ihr wollt. Aber heute soll es uns nur um Filme gehen, die wir eben zu Hause geguckt haben. Genau. Und da gab es einige. Ja. Beziehungsweise haben wir, oder anders gesagt, nicht nur zu Hause, sondern generell Filme, die wir hier noch nicht besprochen haben. Da ist nämlich eine Ausnahme dabei, die wir nicht zu Hause geguckt haben. Ja. Ja. Stimmt. Ja, da anfangen wir mit einem kleinen Jahresrückblick auf unseren Podcast. Und wir haben 2018 19 Episoden veröffentlicht. Immerhin. Diese hier nicht mit eingeschlossen. Okay. Aber inklusive dem Jahresrückblick 2016. Also weil wir den ja am Anfang des Jahres. Also 18 Episoden kann man sagen, wo wir über Filme gesprochen haben, über Kinofilme. Ähm, was denkst du, was unsere beliebteste Episode war, 2018? Naja, also zuerst war es doch die ganze Zeit immer Black Panther und dann ist es jetzt Grindelwald, oder? Ja, also die beliebteste Episode gemessen an der Anzahl Downloads, muss man sagen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jetzt das, also jede Person, also ob das jeweils eine reelle Person ist. Das sieht man ja in diesen Zahlen nicht. Oder ob das nicht irgendwelche Bots sind oder eine Person zehnmal. Oder ob die Person, die sich das runterlädt, sich das auch anhört. Das können wir alles nicht sehen. Aber Downloads, gemessen an den Downloads, war tatsächlich Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Unsere beliebteste Episode, was mich total plättet mit über 300 Downloads. Das ist schon cool. Also wenn das jetzt alles richtige Menschen wären, die das jeweils einmal angehört haben, das wäre das schon sehr, sehr cool. Das wäre sehr, sehr cool, ja. Weil, also es ist etwas ungewöhnlich, erscheint uns auch diese Zahl, weil auf Platz zwei folgt unsere Episode 29, nämlich unser letzter Serieneintopf. Die scheinen auch sehr beliebt zu sein übrigens. Mit 183 Downloads, also kannst du sagen die Hälfte. Also das ist die zweite, zweitbeliebteste. Oder wir haben nochmal massiv an Fanbase dazugewonnen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das würde uns natürlich massiv freuen. Aber ich finde das immer so krass, welche Ausreißer es da gibt. Ich glaube, dass man bei einem Filmpodcast, aber auch mehr als bei vielen anderen auch immer, also da hört man wahrscheinlich jetzt als Hörer nicht immer sofort alle Episoden durch, weil ja vielleicht, wenn man sich Filme angucken will, spart man sich die auf. Würde ich zumindest machen. Beziehungsweise natürlich haben wir immer so einen spoilerfreien Teil, der es unseren HörerInnen natürlich ermöglichen soll, auch vor dem Film schon mal. Aber ich weiß nicht, wer das tatsächlich dann wahrnimmt. Wie dem auch sei, auf Platz drei der beliebtesten Episoden aus dem Jahr 2018, gemessen an der Downloadzahl, ist Solo, Star Wars Story mit 168 Episoden. Cool. Download, genau. Ja, dann, wie hat sich unser Podcast so insgesamt entwickelt? Also wir haben insgesamt jetzt 34 Episoden, exklusive dieser hier. Also die Nullnummer mit eingerechnet. Also ohne die Nullnummer wären es ja bislang 33 Episoden gewesen. Durchschnittlich dauern unsere Episoden, was schätzt du? Eine Stunde. Ja, eine Stunde, 14 Minuten und zwei Sekunden. Was denkst du, wie ist die Laufzeit insgesamt? Also wie lange kann man unsere Episoden am Stück hören, würde man sie durchhören? Oh Gott. Was schätzt du, wir haben 33 reelle Episoden. 35 Stunden? 1,7 Tage. Okay. Ja, also das sind halt 24, ja auf alle Fälle mehr als 36, ja irgendwas um die 40 Stunden. Ja, weiß ich ganz gut. Ja, also 1,7 Tage könnte man uns jetzt am Stück durchhören mittlerweile. Und durchschnittlich erscheint tatsächlich alle 15 Tage eine neue Episode. Ja, wir haben zwar hin und wieder mal so Durststrecken wie jetzt im Dezember, wo wir ein paar Wochen keine veröffentlichen, aber wir haben auch schon im Wochenghythmus veröffentlicht. Ja, und dann war ein Monat, da hatten wir auch gar nichts. Ich glaube der Oktober, der war sehr dünn, gell? Ja, aber nichtsdestotrotz könnt ihr im Schnitt ungefähr alle zwei Wochen mit einer neuen Episode rechnen. Und da wir das ja in unserer Freizeit machen und gerne, aber in unserer Freizeit machen, ist das schon ganz ordentlich. Ja, und wenn man bedenkt, dass zumindest meine Wenigkeit noch drei andere Podcasts macht nebenbei, würde ich sagen, ich komme locker im Schnitt jede Woche auf einen Podcast. Ja, bist schon sehr fleißig. Ja, das war der Rückblick in Bezug auf CUT, auf den Podcast selbst. Und dann würde ich sagen, blicken wir einfach mal auf unser Filmjahr 2018 zurück. Liebse Donja, wie viele Filme hast du denn 2018 geguckt? 158 Filme. Wie viele Stunden hast du denn? 312 Stunden habe ich damit verbracht. Wow. Und drei, so im Schnitt sind es drei pro Woche. Ja, bei mir waren es weniger erwartungsgemäß, weil auch dieses Jahr wieder durch meine Nebentätigkeiten, also durch meine anderen Podcasts. Und deine Podcasts, ja genau. Oder Auslandseinsätze, wollte ich schon sagen. Ja, doch meine Dienstreisen. Kommt es halt vor, dass du mehr Zeit hast, Filme zu gucken als ich. Ja, dann bin ich dann home alone. Genau, home alone. Deswegen habe ich nur 141 Filme geguckt. Das sind 17 Filme weniger. 279 Stunden insgesamt. Das sind 11,8 Filme pro Monat und 2,7 pro Woche. Reicht auch noch, wenn man jetzt dagegen rechnet, was wir noch an Serien geguckt haben, glaube ich, würde jeder Normalsterbliche uns den Vogel zeigen. Kann ich mir vorstellen. Ja, also wir waren fleißig und wie ja schon anhand der Anzahl der Filme, also wir haben ja 19 Episoden aufgenommen, 141 Filme geguckt. Das steht natürlich in keinem Verhältnis, was halt, wie ihr ja schon wisst, daran liegt, dass wir nur Filme besprechen, die wir im Kino gucken. Aber das Jahr 2018 ging mit einem Film los, den wir im Kino gesehen haben, aber trotzdem nicht besprochen haben. Laut meinen Einträgen nicht. Nein? Welchen hast du denn im Januar geguckt? Also Letterboxd hat gesagt, mein erster Film von 2018 ist die Reise ins Labyrinth. Achso, ja, aber trotzdem haben wir im Januar einen Film geguckt. Ich wollte es eigentlich elegant überleiten. Achso, Entschuldigung. Zu Coco. Okay. Ja, Coco haben wir im Kino geschaut und haben keinen Podcast ausgemacht, weil wegen dem, ja, Rückblick, gell? Ja, wir haben ihn, glaube ich, da erwähnt, aber… Genau, wir haben ihn am Ende kurz erwähnt, aber wir haben ihn nicht besprochen. Genau. Mittlerweile ist ja fast ein Jahr vergangen und mittlerweile gibt es ihn auch auf Blu-Ray und mittlerweile haben wir ihn ja auch nochmal gesehen. Zweimal, ja. Zweimal geheult. Zweimal geheult. Ich glaube, wir haben, es ist einfach ein fantastischer Film. Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, es ist einer von Pixars schönsten Filmen, die sie bislang so veröffentlicht haben. Absolut, ja. Also jetzt allein die, also die Geschichte, da geht es ja um diesen mexikanischen Tag der Toten. Der Toten, ja. Und die Geschichte, die Musik, die Farben, die Charaktere, also wirklich ein ganz, ganz toller Pixar-Film für alle, die Coco noch nicht gesehen haben sollten. Anschauen. Unbedingt anschauen. Ja. Ja, was hast du denn noch so im Januar? Da habe ich eigentlich jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Ja, stimmt. Im Januar haben wir, wir haben uns auch nur, wir gehen jetzt auch nicht so wie letztes Jahr alle durch, sondern nur die Highlights oder also die Höhen und Tiefen der jeweiligen Monate, sagen wir mal so. Genau. Weil ich glaube, letztes Jahr haben wir doch zwei Stunden. Zwei Stunden nur über, also da sind wir unsere Liste einfach durchgegangen. Das haben wir jetzt im Vorfeld erledigt und haben uns einfach die Rosinen und die schlechten Äpfel rausgepickt. Die faulen Äpfel, genau. Die faulen, danke. Schlechten Äpfel. Ja, also, ja, dann geht es ja schon weiter mit dem Februar. Was waren so unsere Highlights im Februar? Genau, den haben wir ja auch nicht im Kino angeschaut und zwar immer noch unbequeme Wahrheit, heißt der nicht so. Also immer noch eine unbequeme Wahrheit. Immer noch eine unbequeme Wahrheit, genau. Die Zeit läuft ab, ist Untertitel im Deutschen. Im Englischen heißt es ein Inconvenient Sequel, Truth to Power oder Power to the Truth, Truth to Power, glaube ich, heißt. Genau, und zwar für alle, die den noch nicht kennen, da geht es darum, dass der Ex-Vizepräsident Al Gore. Der ja ein Vollblut-Umweltaktivist ist. Genau, das man ja damals noch nicht so mitbekommen hat und erst durch den ersten Film und jetzt auch durch den zweiten Film. Und da bekommt man auch so ein bisschen das Klimaabkommen in Paris auch noch mit und das spielt so ein bisschen um die Zeit. Und er greift halt im Prinzip alles nochmal vom ersten Film auf. Ja, und im Grunde hat sich auch viel verbessert. Ja, genau. Und das ist eigentlich das Traurige an dem Film. Und es macht einen auch wütend, weil irgendwie die Anzeichen da sind und keiner halt irgendwie was machen will. Und ich meine letztendlich, das sind, natürlich kann jeder einzelne Bürger halt auch was fürs Klima tun oder für die Umwelt tun. Aber letztendlich in der großen, im großen Ganzen ist es eine Sache, die die einzelnen Regierungen und ihre Politiker machen müssen. Und da tut sich halt gar nichts. Und jetzt war ja auch wieder in Katowice die nächste Klimakonferenz. Und da wurde jetzt wenigstens in Teilen schon ein paar Weichen gestellt wieder, aber auch hier die Erfolge, also der Schalter, der das Ganze abbringen könnte, der wurde einfach noch nicht umgedreht. Ja, das ist, glaube ich, unglaublich mühsam. Das ist unglaublich. Also wenn man das so, ich glaube, in Teilen, also wenn man sich da bewusst in die Materie, ich glaube, ist das sehr, sehr frustrierend. So, wenn man so das als Zuschauer mitbekommt, auch schon, aber ich glaube, wenn man da wirklich Aktivist ist, also mit Feuer und Blut und Schweiß und Tränen, dann, boah. Sehr frustrierend, ja. Aber ein Incoming Sequel oder immer noch eine unbequeme Wahrheit ist ein erschreckend aktueller Film und der auch jetzt, ich weiß nicht, der ist schon ein bisschen älter, auch wieder zwei Jahre, glaube ich, nach seiner Veröffentlichung nicht an Aktualität verloren hat, ganz im Gegenteil. Ich finde Pflichtprogramm. Ja, klar, also für alle, die sich so ein bisschen, dem das Wohl unseres Planeten am Herzen liegt, der sollte sich das mal ansehen. Ja, auf alle Fälle empfehlenswert. Sonst hatten wir keine Highlights im Februar, oder? Ich habe jetzt nur den aufgeschrieben. Im März dagegen hatten wir ein paar mehr. Was hast du denn da am Platz 1? Ja, und zwar habe ich, ja, es sind zwei Filme, die den Platz sich auf jeden Fall teilen. Das ist einmal Paddington 2, der halt wirklich ein so bezaubernder Familienfilm ist, also das ist, der ist sogar, der schafft es wirklich noch sogar besser zu sein wie der Erste. Ja, also er ist witzig, er ist einfallsreich, er ist einfach ein Wonne-Poppen von Filmen. Ja, also wirklich wahr, also man möchte es nicht glauben, ich halte Paddington schon den Ersten und jetzt erst durch den Zweiten für sehr unterschätzt. Ja, es ist schade, also ich wünsche dem eine viel größere Fanbase. Also ich merke das ja auch bei uns von den Verkäufen her, also dass da viele, weiß ich nicht, da den Anreiz nicht sehen. Also vielleicht, ja, es ist ein Bär mit einem Hut und der ist halt im Orangen-Marmelade. Weil es scheint für manche jetzt nicht so spannend zu sein, aber er ist halt wirklich bezaubernd und er ist halt auch von, allein von wie, vom Setting her, auch von Kostüm her, das ist halt einfach wieder, ja, also liebevoll und handgemacht und das sieht man halt einfach auch. Ja, es ist halt immer so, dass er, also dass der Paddington mit seiner, eigentlich sehr naiven Weltsicht, halt, ich sage immer so typisch menschliche, schlechte menschliche Eigenschaften nicht versteht und dadurch halt auch immer irgendwie so einen befriedenden Faktor hat. Also der, der, der schafft es halt immer irgendwie die Menschen zusammenzubringen und Konflikte zu lösen und es ist, er hat eine tolle Botschaft und er ist unglaublich, wirklich unglaublich fantasievoll gemacht und also ganz dicke Familienfilm-Empfehlung, falls ihr Paddington 2 noch nicht gesehen haben solltet, ist ein Highlight. Ja, absolut. Ein weiteres Highlight. Ja, und zwar ist das, den, weiß gar nicht, ob der überhaupt in die Kinos geschafft hat hier, der kann man, glaube ich, sogar aktuell noch auf Amazon sehen, das ist The Big Sick. Das ist auch ein, ein kleiner, feiner Film. Ja. Jetzt mit dem Namen, da werde ich jetzt gar nicht erst anfangen. Kumail, also dieser, dieser indische Comedian. Ja, genau, der ist aus, ach, wie heißt der, Silicon Valley spielt der mit. Ja, ja, ich gucke mal den Namen raus, vielleicht kann ich ihn aussprechen. Ja, und da geht es um die Geschichte, wie er, also es ist eine wahre Geschichte, wie er seine Ehefrau kennengelernt hat und die wird im Film von einer Schauspielerin gespielt. Kumail Nanjani. Kumail Nanjani. Nan, Nanjani. Nanjani. Genau, und, ja, und es ist halt wirklich, also, ja, also ein unglaublich schöner Film und auch zu teilen auch traurig, aber schön und witzig auch. Also er hat, glaube ich, einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch, kann das sein? Kann sein, ja. Oder war zumindest nominiert, also nicht, dass wir jetzt gucken mal nach. Und diese Geschichte wurde von ihm und seiner Frau quasi geschrieben, das Drehbuch. Er spielt sich im Prinzip selbst, seine Frau hat sich spielen lassen, wenn man so will. Und es ist nicht nur, es ist jetzt keine typische Rom-Com, das ist jetzt eigentlich das, was man ja erwarten würde. Uns gefällt der Film gerade deswegen, weil es, glaube ich, eine der ungewöhnlichsten Liebesfilme ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Er ist nur nominiert, aber er hat keinen bekommen. Er war nominiert, genau. Aber wir wollen auch nicht zu viel verraten. The Big Sick heißt ja übersetzt, die große Krankheit. Und, ja, das spielt natürlich durchaus eine Rolle, der Titel, klar. Aber inwieweit, das dürft ihr selber herausfinden, euch sei der Film nur ganz, ganz dringend ans Herz gelegt. Es ist wirklich, wirklich toller Film fürs Herz. Aber abseits von diesen abgetretenen Rom-Com-Faden. Ja, weil da halt auch, ja, geht es halt um echte Menschen. Ja, er ist wunderbar authentisch. Auch die Dialoge halt, also alles. Er ist grandios geschrieben. Zurecht zumindest die Nominierung für den Oscar erhalten, muss ich sagen. Und, ja, herzerwärmend, authentisch, toll. Wirklich, The Big Sick. Große Empfehlung. Ja, wir haben noch geguckt, ich habe es noch aufgeschrieben. Einmal haben wir nachgeholt, das zählt aber eher zu den faulen Äpfeln. More dem Orient Express vom Kenneth Branagh. Der, das Remake, das war einfach blutleer. Ja, das war so, also Remakes, die die Welt nicht braucht. Genau, das war einfach gut ausgestattetes, aber absolut blutleeres Remake von einem Klassiker, den man sich am besten im Original anguckt mit, wie heißt dieser französische? Ja, das ist ja der Albert Finney, der den Erkühlbüro spielt. Genau, der ist eigentlich, wenn man sich den Mord im Orient Express irgendwie in filmischer Form angucken möchte, dann am besten den von 1974. Ja, also in der Regel hat den eh schon jeder gesehen und ich habe den auch schon millionenfach gesehen. Ja, ich habe den letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Echt zum ersten Mal, ja. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Filme im Jahr 2018, nee, 2016. Ja, die kommen durcheinander. In irgendeinem Jahr halt. Ja, genau. Wir haben ja vor allen Fällen, da habe ich den erst nachgeholt und der ist deutlich besser. Ja, absolut. Dann für alle Science-Fiction-Fans noch ein Hinweis. Gibt es auf Netflix eine Netflix-Produktion Annihilation. Gibt es den da noch? Ja, natürlich gibt es den da noch. Der ist mit der von uns sehr geschätzten Natalie Portman, danke. Und wer auf Science-Fiction steht, sollte Annihilation eine Chance geben. Ich fand ihn gut, wenn auch nicht überragend. Hat vor allen Dingen auch optische Qualitäten. Und es ist auf alle Fälle eine sehr solide Netflix-Produktion für alle Sci-Fi-Fans, die noch mehr dürsten. Eine Empfehlung. Aber bitte keinen Überflieger erwarten. Tja. Ja, dann kommt, dann haben wir den März, dann kommt der April. Ja, da habe ich jetzt nämlich zwei absolute Gurken aufgeschrieben. Die, also ich habe in dem Film ja, ich glaube, wenig Filme, einen halben Stern gegeben. Aber die zwei waren jetzt im April dann auch gleich mit dabei. Und ich habe es ja, also ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin ein Quentin Tarantino-Fan. Da werden mich jetzt wahrscheinlich dann viele Leute irgendwie meucheln. München. München, was weiß ich, hängt es ja an die Brücke. Wie heißt es so schön? Bei Ozark immer. Da werden wir an der Brücke hängen. Aber ich muss halt echt sagen, je weiter der Mann halt voranschreitet mit seinem filmischen Werk, desto schlechter finde ich ihn. Und auch die ganze, seine ganze Rolle mit dem Filmogul, der jetzt da vor wegen sexuellen Missbrauchs mit dem Weinstein. Der Harry Weinstein, ja. Genau, und da seine Rolle. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, genau. Und da die ganze Rolle, die er da eingenommen hat, mit ihm teilweise auch noch verteidigen und so. Und das ist halt. Ja, es hat einer seiner größten Gönner und Förderer gewiesen. Genau, aber da hat er sich einfach auf die falsche Seite gestellt. Und das ist ein No-Go. Ach, habe ich doch gesagt, Quentin Tarantino. Welchen Film? Ach, The Hate for Late. Die Hassens werden acht. Ja, genau. Den habe ich ja wirklich, also damals, wo wir im Kino saßen und der Trailer kam, da habe ich dann schon gedacht, da hat es mich ja schon aufgeregt. Also eigentlich hat es mich jedes Mal aufgeregt, wenn ich diesen Trailer gesehen habe. Und ich habe mir das so weit wie möglich nach hinten aufgeschoben. Und dann war halt jetzt in irgendeinem Tag im April war es halt mal so weit, dass wir gesagt haben, okay. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir halt mal. Wir haben zufällig drei Stunden Zeit. Und jetzt ist er halt mal dran. Und er ist halt genauso scheiße, wie ich gedacht habe. Ja, ich muss sagen. Also er ist wirklich scheiße. Ich glaube, ich glaube mittlerweile, es gibt halt ganz, ich weiß, dass da draußen ganz glühende Verehrer von Tarantino und auch seinen jüngsten Werken gibt. Ja, aber die sind mittlerweile alle blind. Und ich muss sagen, ich glaube einfach, ich bin zu alt für Tarantino. Also er macht, ich finde, Hateful Eight, glaube ich, ist gar nicht so wahnsinnig viel anders wie, also von der Struktur her, es wird viel gelabert. Du wirfst einfach ein paar Leute zusammen, es ist ja wie Reservoir Dogs im Western Style. Ja, aber er ist halt viel länger und das Gelaber und diese Gewalt, das hat sich schon sehr verschoben. Weil sonst war immer Laber, Gewalt, Laber, Gewalt und jetzt ist halt Laber, 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 Gewalt. Film ist fertig. Also ich fand den auch nicht, ich fand den enttäuschend. Also ich, keine Ahnung, aber ich weiß jetzt, ich kann es ehrlich gesagt nicht, ich würde es jetzt, ich glaube, es ist ein typischer Tarantino, aber ich glaube, wir sind nicht mehr, wir sind keine, wir sind nicht mehr das Zielpublikum. Also wir sind raus aus diesem. Ja, vor allem, weil man halt aufgrund dessen, weil wir halt auch so viele Serien geschaut haben und es ist halt einfach so, es geht halt viel, viel besser. Es geht besser und es gibt Leute da draußen, die es auch besser können. Und da kann man halt dann, vielleicht sollte er vielleicht seinen Namen ändern, vielleicht wird es dann, ich weiß es nicht, aber er hat es halt einfach, ich finde, er hat seinen Zenit absolut überschritten. Und für mich, ich glaube, die Horrormeldung dieses Jahres war halt, dass er wohl einen Star Trek Film machen möchte. Und das ist so, also wenn ich das irgendwie verhindern könnte mit einer Bombe oder so, keine Ahnung, ich würde es echt machen, weil das geht gar nicht. Also das Quentin Tarantino-Star Trek. Ich kann mir das auch null vorstellen. Das passt halt auch gar nicht, weil ich mir dann denke so, ja, dann labern die auf der Brücke und dann schießt irgendjemand los oder was und dann, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist halt wirklich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ganz, ein Unding. Ja, wir hatten keinen Spaß damit. Was war denn dein zweites, deine zweite Gurke? Seven Psychos. Seven Psychos. Und dann haben wir, oder sieben Psychos heißt der im Deutschen. Und dann haben wir ja deswegen angeschaut, weil wir, ah ja genau, das ist ja der. Three Billboards. Outside Missouri. Outside Ebbing, Missouri. Ebbing, Missouri. Der Regisseur hat, der Film, der uns wahnsinnig gefallen hat, also beeindruckt hat, der gleiche Regisseur hat Seven Psychos oder sieben Psychos gemacht. Und dann dachte man, ja dann gucken wir uns den halt auch an. Ja genau, sicher, Bank. Und das war irgendwie so ein ständiges, was? Das war auch so sinnlos. Also es gibt auch Leute, denen das gefällt. Wir hatten da überhaupt keinen Spaß dabei. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Auch wieder hier sinnlose Gewalt. Also ich bin mittlerweile, weil ich es halt auch schon so viel gesehen habe und das ist vielleicht auch wieder meinem Alter geschuldet, aber irgendwann mal ist Gewalt halt ab einem gewissen Punkt wirklich nur noch sinnlos. Und ich weiß nicht, ob das halt immer so auch zelebriert werden muss. Und da bin ich einfach kein Fan von. Tschau. Gar nicht. Tschau. Ja, ich habe aber noch zwei etwas bessere notiert im April. Wir haben einmal Battle of the Sexes geguckt mit Steve Carell und Emma Stone. Da geht es um Tennis. Wo so ein alt... Wahre Geschichte. Wahre Geschichte, wo so ein altehrwürdiger, abgehälfteter Tennisstar irgendwie es nochmal wissen will. Da geht es halt um die Frauenliga, die zu dem Zeitpunkt halt irgendwie total benachteiligt wurde und den Kampf im Prinzip der Frauen um Anerkennung der Frauen in diesem Sport, was halt irgendwie darin mündet, dass dann ein Showkampf mehr oder weniger ein Tennis-Match, ein Show-Tennis-Match zwischen dem Weltranglisten ersten der Frauen damals, glaube ich. Und diesem Steve Carell, ich weiß nicht, die Charakternamen, weiß ich nicht mehr, stattfindet. Ja, das ist ein, in den 70ern, glaube ich, in den 70ern spielt das, oder? Ja, so sehen die ganzen Darsteller natürlich auch aus. Billie Jean King und Bobby Riggs. Ach, genau. Ist ein toller Film. Jetzt auch keiner, der mich restlos begeistert hat, muss ich sagen. Auf dem Hocker wird er eigentlich... Nee, er hat es gut gemacht, gut gespielt, aber er hat auch so ein bisschen, ein paar Längen und ist jetzt für mich kein großes Highlight, aber es ist ein Film, der uns, also jetzt im Vergleich zu den anderen, im April durchaus wieder wohlgesonnen gestimmt hat. Dann haben wir auch noch Detroit geguckt, der fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie, erzählt ein wichtiges Thema, da geht es um eine Razzia, um die Verhaftung von Schwarzen, die, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, in Detroit zu Unruhen... 1967 zu Unruhen und Aufständen geführt hat, ist ein durchaus veritables Drama, das, wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema erzählt, mir persönlich aber fast schon zu dokumentarisch geworden ist und aufgrund der Vielzahl von Figuren, die da vorkommen, konnte ich da auch leider zu keiner ausreichend emotionale Bindung aufbauen, um da wirklich mitzufiebern. Also man sieht sich das an und man ist fasziniert abgestoßen, aber das ist halt, das ist wie eine etwas interessantere Geschichtsstunde. Ja, das stimmt. Ja, so war unser Eindruck, ja, aber durchaus ist, man kann sich viel, viel Schlechteres angucken, wenn man... Das stimmt, aber das ist halt auch wieder so ein typischer Film, wo man sagt, okay, ist gut, dass man gesehen hat, aber gut, dass man nicht im Kino war. Ja, naja, das ist, aber das, genau, das ist genau diese Kategorie von Film, wo ich sage, okay, das dafür ist Heimkino oder der heimische Fernseher gemacht, genau solche Filme zu gucken, die okay sind, gut sind, aber keine... Weil, wie gesagt, ein Kino kostet Geld, nicht wenig Geld und die Zeit, die man aufbringen muss... Vor allem die Zeit mit Fremden. ...hin und wieder weg, mit fremden Menschen und das muss es schon wert sein, deswegen... Also die Zeiten, wo ich wirklich einfach jede Woche kategorisch ins Kino gegangen bin und mir auch wirklich Gurken angeguckt habe, die ist lang vorbei. Ja, schon lang. Lang vorbei. Gut, dann... Kommen wir zum Mai. Kommen wir zum Mai. Genau, da haben wir nämlich wieder zwei sehr gute Filme und zwar, das war auch einer der Oscar-Kandidaten, The Darkest Hour. Da spielt Johnny Oldman, Johnny Oldman, Gary Oldman, den Winston Churchill... Kaum wieder zu erkennen. Ja, kaum wieder zu erkennen und er hat sogar auch einen Oscar dafür bekommen, für die Rolle. Und ja, also grandioses Geschichtsdrama, wirklich, also man hat ja schon durch The Crown und es gab ja auf einmal schossen die Winston Churchill-Filme aus dem Boden und wir haben jetzt nicht alle gesehen, aber The Crown hat ja zum Beispiel so ein bisschen das Ganze auch... John Lisko... Genau, hat das Ganze so ein bisschen gezeigt und jetzt halt auch nochmal The Darkest Hour und es ist wirklich ein grandioser Geschichtsfilm. Jeder, der daran interessiert ist, Geschichte hautnah mitzuerleben. Aber auch das, also es wird getragen von ihm hauptsächlich. Ich fand ihn filmisch auch nicht so spannend. Also das ist so ein, den guckt man sich an, man ist fasziniert, weil es halt einfach eine Geschichtsstunde ist. Aber ich fand den schon spannend. Der ist grandios aus... Ich fand den null spannend. Ich fand ihn spannend. Okay, also jeder, der spannende, unspannende Geschichtstramen gern anschaut, der es eben leider für ihm ans Herz gelegt. Ja, also ob man, wie gesagt, ich fand den grandios ausgestattet, aber gut gespielt, aber irgendwie so mitgerissen hat er mich nicht. Ja, Gary Oldman quasi auf seinem... Nicht mal die Rede, wo er vom Parlament hatte? Nee. Wieso? Nee. Wusste ich ja schon. Ja, na und? Aber trotzdem, das ist halt die Rede schlechthin. Ja. Nee, wäre ja auch gut gespielt, aber spannend war doch nicht. Also na gut. Naja. Ja, zweites Highlight. Zweites Highlight ist, der war auch nominiert, aber für einen ausländischen Oscar. Ich glaube aber, er ist nicht in die Kategorie reingekommen. Ja, ich gucke mal nach, erzähl weiter. Guck mal nach, und zwar aus dem Nichts von Fatih Akin. Und man muss es immer wieder sagen, Fatih Akin ist ein Glanzstück des deutschen Films. Man kann froh sein, dass wir diesen Regisseur haben, weil er immer wieder beweist, dass deutsches Kino auch international funktioniert. Ja, das ist ein Golden Globe hat er gewonnen für Best Foreign Language Motion Picture. Genau, zu Recht, weil das spielt in Hamburg spielt der Film. Diane Krüger ist verheiratet mit einem türkischen Anwalt. Ja, türkischstämmigen, ja. Und er wird halt… Genau, und das Ganze ist halt ein NSU-Drama, sprich Nazis, die in Deutschland… Ja, Anschläge für… …Anschläge auf Menschen mit Migrationshintergrund, sagt man doch jetzt… Ja, ja. Nee, ist toll gespielt von Diane Krüger. Also auch mutig gespielt, es gibt ja immer so, wie ich sage es mal, Mut zur Hässlichkeit. Ja, auch das Ganze, wie die Trauer halt. Also ich meine, das spoilern wir jetzt auch nicht, weil ich meine, letztendlich geht es halt in dem Film, dass ihr Mann und ihr Sohn werden halt getötet durch einen Bombenanschlag. Und auch da, wie mit dieser Trauer halt auch umgegangen wird. Und ja, weil da wird jetzt halt einfach nicht nur so in die Kamera geheult, weil da wird dann halt auch… Sie unternimmt halt wirklich alles, auch um mit dieser Trauer halt umzugehen. Ja. Und da werden dann halt auch mal Drogen genommen. Und das ist halt… Ja, so sieht man Trauer auch nicht. Ja. Nee, es ist sehr schonungslos, grandios gespielt von Diane Krüger. Aber ich finde, auch der ist jetzt nicht… Das ist jetzt sicher kein… Ja, das ist kein… Vielgut-Movie ist das andere. Nee, es ist kein Vielgut-Movie. Er hat sicher auch Schwächen, eigentlich so gut wie jeder Film, aber es ist jetzt… Er gehört zu dem Besseren. Also ich war auch sehr angetan und wie du schon sagtest, Fatih Akin ist eine sichere Bank eigentlich. Zumindest aus deutschen Landen auch mal was zu produzieren, das sich vom typischen deutschen Komödien-Einheitsbrei angenehm abhebt. Ja, dann haben wir noch zwei geguckt, die in die… Also einen geguckt, der eigentlich auch so in diese… Kann man mal gucken, muss man aber nicht, Kategorie fällt. Das war das Remake oder die Fortsetzung oder was auch immer von Jumanji mit Dwayne The Rock Johnson, der gefühlt irgendwie in jedem zweiten Film mitspielt. Ja, das stimmt echt. Das Interessante aber war, und das glaube ich, das reißt so den ganzen Film raus und hat deswegen unerwartet viel Spaß gemacht, dass die… Das im Prinzip halt… Es ist halt so, dass es natürlich modern, wie es ist, nicht mehr um ein Brettspiel geht, sondern um ein Computerspiel. Und dass die jugendlichen Protagonisten quasi in das Computerspiel gesaugt werden und dort aber eine Rolle einnehmen. Und das Geile ist halt, dass das vollkommen entgegen ihrer jugendlichen Charaktere, also so Jack Black zum Beispiel, also ist ein Forscher in diesem Dschungel, ist aber eine Jugendliche, also ein Mädchen. Eine ziemliche Diva auch. Eine ziemliche Diva. Eine Zicke. Und auch der Dwayne The Rock Johnson, der ja einfach ein muskelbepackter Abenteurer in diesem Spiel ist, ist halt in der Natur einfach ein ziemlich schmächtiger und eher schüchterner Nerd. Und also diese vollkommen gegensätzliche Besetzung, dass halt die Figuren im Spiel eigentlich das komplette Gegenteil von den Jugendlichen sind, macht den großen Reiz. Das macht sau viel Spaß, ja. Das gibt echt ein paar ziemliche Lacher. Ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wäre er echt strunzelangweilig. Ich finde, er hat so ein bisschen wenig mit diesen, also er spielt so ein bisschen mit Videospielmechanismen, dass man halt, was weiß ich, wenn man stirbt, dass man halt wiederkommt oder so. Das hätten sie noch ein bisschen mehr, das wäre cool gewesen. Aber alles in allem fand ich den lustiger, als ich erwartete. Ja, das stimmt. Das kann man unter Überraschung des Jahres vielleicht noch kategorisieren. Ja, ja. Also nicht die Überraschung. Aber es war eine Überraschung. Es war eine Überraschung, genau. Ich hätte nach dem Trailer gedacht, so was, um Gottes Willen, ja. Aber man hat ja so ein bisschen geahnt, dass es, also ich meine, das Kinoplakat mit dem, wo sie dann alle unter Wasser sind und man sieht nur die Augen und dann ist noch das Krokodil. Das ist eigentlich, ja, das trifft. Ja. Das sagt, wie der Film halt ist. Ja, ist lustig. Ja, dann haben wir noch eine Doku geguckt, die ich jedem ans Herz legen möchte, der ein Herz für Soundtracks hat, für Scores, also für klassische Filmmusik. Nämlich Score, ein Filmmusik-Documentary, die eben verschiedene Aspekte der Entstehung von Filmmusik beleuchtet. Und über die Jahrzehnte und mit Interviews mit namhaften Komponisten ein toller, wirklich toller Einblick in diese Welt der Filmmusik. Wenn sich jemand von euch dafür interessiert, ein Faible dafür hat, eine ganz dicke Empfehlung. Ja, das sind also so Größen wie, ja, sowieso Hans Zimmer und James Newton Howard und also da werden also wirklich namhafte Leute interviewt und erzählen halt so ein bisschen was, wie diese oder andere, also wirklich ikonische Soundtracks entstanden sind. Ja, und das sieht man doch auch zum Beispiel, wie sie da im Studio dann sind und zum Beispiel Herr der Ringe auch aufnehmen, oder? Genau. Also den Soundtrack dazu. Also es ist wirklich auch toll, also einfach nochmal so ein bisschen abtauchen in die Musik. Ich glaube, es gibt es auf Netflix, oder? Nein, ich glaube, den haben wir uns über iTunes geliehen. Ah, okay. Aber bei irgendeinem Streaming-Anbieter war der erhältlich. Ja, dann kommen wir zur Halbzeit zum Juni. Der Juni war sehr mau. Ja. Aber von einem Highlight gekrönt. Was haben wir denn im Juni geguckt? Wind River. Mit? Jeremy Brenner und der... Brenner. Was? Renner. Renner. Nicht Brenner. Renner. Okay. Jeremy Renner. Wieso komme ich auf Brenner? Weiß ich nicht. Egal. In meiner Fantasie heißen sie eh immer alle anders, weswegen. Und der Olsen. Der Elisabeth Olsen. Der Regisseur und Autor ist der Taylor Sheridan und der hat nämlich geschrieben, ja, Sicario und Hell or High Water. Und das war eigentlich der Grund, warum wir Wind River sehen wollten und wir wurden nicht enttäuscht. Nein, gar nicht. Also der ist wirklich, also der schreibt Drehbücher, das ist auch so eine ganz sichere Bank. Also wenn ihr irgendwo lest, der hat dieses Drehbuch geschrieben. Also da könnt ihr blind den, also nicht blind, also ihr müsst schon bei dem Film schauen die Augen auf. Macht die Augen auf. Aber ja, da könnt ihr euch echt vertrauen, weil der einfach, ja, der schreibt halt gute Actionfilme, aber jetzt nicht so, es ist mehr mit Thriller Anteilen. Die Dialoge sind super und es ist sehr, sehr spannend und es hat auch immer so ein bisschen auch eine moralische Komponente. Gerade bei Wind River, das ist auch ein, also von der Thematik her, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber da geht einem auch ganz schön an die Nieren. Und auch hier ist man als Zuschauer gefragt, wie würdest du reagieren, wie würdest du handeln und auch hier immer dieser eigene Abgleich mit den eigenen Werten und Vorstellungen. Und das ist halt auch nochmal so ein typischer Film, wo man sagen kann, okay, und das ist das, was Kino auch immer so oder Geschichten oder Filme auch immer so ein bisschen ausmachen, dass man halt auch immer selber so ein bisschen mit sich Revue halt einfach passiert, also wie sagt man Revue? Passieren lässt, ja. Passieren lässt, genau. Ja. Ja, das ist, es geht ja um einen Mord in einem Indianer Reservat in Wyoming, also verschneit, ziemlich kalt und verschneit und eine FBI Agentin eben gespielt von Elizabeth Olsen, die diesen Mord untersuchen soll und einem, ja, ich sag jetzt mal Jäger, Wildhüter, der in diesem Reservat zuständig ist, der sie da bei der Ermittlung unterstützt und gespielt von Jeremy Renner. Ja, toller Film, wirklich. Also das war auch, das war eigentlich, glaube ich, mit einer meiner größten Heimkino, Zuhause gucken, Überraschungen, wo ich echt überrascht war, dass der so gut ist. Ja, das stimmt, absolut. Dicke Empfehlung. Ja, dicke Empfehlung. Ja, dann haben wir im Juli wieder etwas mehr geguckt. Ja. Wollen wir, aufsteigend. Aufsteigend? Aufsteigend. Was ist denn aufsteigend? Das Schlechteste zuerst. Äh, was ist das? Ja, aber die sind ungefähr alle gleich bewertet bei mir, also deswegen. Naja, wir haben ja. Wir haben mal wieder den jährlichen Liam Neeson Film geguckt, Liam Neeson Actioner. Ja. Und zwar The Commuter, zu deutsch Der Pendler. Ja. Was wahrscheinlich ein Teil. Der aber gar nicht, also ich fand den jetzt gar nicht so. Der war super, bis auf das Ende. Ja, genau, bis auf das Ende. Also der war wirklich, also er war spannend, er war saugut gemacht. Er hat so ein bisschen auch an die Alfred Hitchcock Filme erinnert, von diesem, ja wer ist denn jetzt und so. Und weil er muss ja, in diesem Zug muss er ja jemanden finden und er muss dann irgendwie was machen und ist ja auch egal. Letztendlich muss man da gar nicht so ins Detail gehen. Und aber, man rätselt dann mit ihm dann halt so zwei Stunden durch diesen Zug und dann kommt Showdown und dann übertreiben sie halt mal wieder, wie immer. Also das Ende ist total beknackt. Also das Ende finde ich so unnötig und es passt. Es wird zwar aufgesetzt. Ja, es ist übertrieben halt einfach. Aber es ist trotz, also wenn ein bisschen weniger Feuerwerk, also Feuerwerk, also nicht Feuerwerk, in dem Sinne, sondern Explosion, eine Explosion weniger, wäre es ein super Ende gewesen. Ja, aber jetzt, weiß ich nicht, ob wir jetzt zu viel erzählt haben, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, aber wie gesagt, das Ende hat für mich so ein bisschen was kaputt gemacht. Ansonsten, also der hat's, dank des Endes ist es für mich ein durchschnittlicher Film, aber ohne das Ende wäre es ein überdurchschnittlicher gewesen. Dann haben wir uns Ghostbusters angeguckt. Ja, stimmt. Den, ähm. Das Remake. Das Remake, genau. Oder den. Den wir auch nicht im Kino angeschaut haben. Ja, Remake ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine. Ja. Ja, was ist es dann? Ja, doch, es ist ein Remake. Ist ein Remake. Genau, den haben wir uns ja damals auch nicht angeschaut und jetzt nicht mal, also weil der Film hatte ja ein Problem. Er bestand nur aus Frauen. Also die Hauptrollen waren alles Frauen. Also das war nicht unser Problem. Nein, das war nicht unser Problem. Nein, also oder wir hatten kein Problem damit, so musst du sagen. Ja, wir, also wir gehörten nicht zu diesen Trollen, die im Internet über diesen Film gelästert haben und ich muss jetzt wirklich mal Trolle sagen, weil das Hauptproblem für diese Menschen war ja eigentlich nur, dass die Hauptpersonen Frauen waren. So, und darum ging's. Und, ähm, wir gehörten zu der Fraktion und ich glaub, das waren nur wir dann, die gesagt haben, okay, wir gucken uns den Film erstmal nicht im Kino an, weil die, wie heißt sie, Melissa? McCarthy, 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 McCarthy mitspielt. Und die wir beide nicht mögen. Und das war halt so, ähm, ja, muss denn die immer überall dabei sein. Weil das ist halt wirklich die, 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 ähm, ja, die Dampfnudel, die lachende Dampfnudel der Nation irgendwie und die muss halt bei jeder Komödie, ja, gefühlt, also die ist ja irgendwie so die dicke Version von Dwayne The Rock Johnson. Ja. So eine weifliche Pendant, weil die ja auch gefühlt zweimal im Jahr im Kino zu sehen ist. Ja, und wir mögen die halt nicht und deswegen haben wir auf den Film erstmal verzichtet. Ja, genau, da haben wir verzichtet. So, und dann kam er auf Netflix und haben gesagt, okay, komm, dann, wir waren sogar, wir wollten sogar auf dem Sprung ins Kino und haben gesagt, komm, wir schauen jetzt mal rein. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit und er ist sehr, sehr witzig und er macht Spaß. Also für alle, die, ähm, vielleicht jetzt mal sich dann wieder mal einkriegen, dass da jetzt vier Frauen mitspielen, schaut euch ihn an, er ist witzig. Ich fand ihn auch, äh, war jetzt nicht so überraschend witzig, wie ich Jumanji fand, aber er... Doch, doch, also ich schon, ja. Ich fand den, ich fand den nicht so gut wie Jumanji, aber er ist deutlich besser als sein Huf, kann man mal so sagen. Ja, vor allem, wie heißt denn die eine, die, diese Blonde, die spielt so gaga, die den... Diese eine Wissenschaftlerin spielt, weil das ist, also... So anarchisch einfach, ne? Total, und das ist schon wieder, die hebt das Ganze wieder auf ein Level, äh, wie heißen die, Kate? Ich weiß es nicht so machen. Kate McKinnon. Kate McKinnon, ja. Genau. Ja, die spielt, ja, die spielt eine total durchgeknallte Wissenschaftlerin und Hemsworth spielt ja auch mit. Also, es gibt auch ein paar Cameos von Originaldarstellern und so, also es ist wirklich, ich finde, es ist ein gelungener, eine gelungener Komödie ist und dass die, weiß ich nicht, diesen ganzen Shitstorm einfach Null verdient hat. Keine Ahnung, also es ist sicherlich kein Meisterwerk, aber was hat man denn erwartet? Und hey, mal ganz ehrlich, guckt ja mal den Ghostbusters, den Original-Ghostbusters irgendwie mit klarem Verstand und nicht... Ohne Nostalgie auch. Und ohne nostalgische Verklärung an. Ja, ja, das ist genauso. Auch kein besserer Film. Nee, ist der auch nicht. Also bitte, ja. Also da muss man, da muss man, glaube ich, mal... Einfach mal so fair sein. Eben, mal so fair sein und ja, mal sieben gerade sein lassen. Ja. Ja, aber dann haben wir noch zwei geguckt, die besser waren. Also wir haben ja dann noch, du hast mich gedrängt, weil ich ja Schlimmstes befürchtet habe, Wunder zu gucken. Ja, ich habe ja die ganze Zeit immer rumgenervt, dass wir unbedingt diesen Film schauen, weil ich habe den Trailer halt auch schon im Kino gesehen und da ist mir, werden mir schon fast sämtliche Tränen aus dem Auge gespritzt, weil das ist halt wirklich so schön und so. Ja, es geht halt um einen entstellten Jungen und seine Eltern und seine Schwierigkeiten in der Welt. So recht zu finden. Das Problem ist halt einfach, man sieht den Trailer schon genau an, weil der Film drückt halt massiv auf, die Tränendrüsen. Ja, ist doch auch schön. Aber es funktioniert. Ja. Es funktioniert? Ja, er ist halt toll und auch Tyler Roberts ist mal wieder echt toll als Löwenmama. Und auch der Owen Wilson. Ja, genau. Owen Wilson spielt ja so quasi die leicht kastrierte Version eines Vaters. Er hat ja da auch nicht viel zu sagen. Nee, der ist wirklich herzerwärmend. Ja. Aber jetzt, wie soll ich jetzt sagen? Es ist jetzt, es ist eine, eine sehr, unterm Strich ist es schon ein sehr konventionelles Drama, das aber genau die richtigen, ja, ein Drama aus dem FF eigentlich. Die wissen genau, welche Noten sie spielen müssen, welche, ja, was sie da, was sie beim Zuschauer bewirken. Ich finde es jetzt nicht unerträglich. Es gibt Dramen, die finde ich so offensichtlich, also die, das, so manipulativ, so wollte ich sagen, dass ich sie unerträglich finde. Aber Wunder gehört nicht dazu. Es ist ein schöner Film, ein schönes Drama mit dem Herz am richtigen Fleck. Und ich hatte trotz all meiner Befürchtungen, ja, Spaß wäre jetzt übertrieben, hat er mir gefallen. Ja, und dann kommen wir zu unserem Juli-Highlight. Ja. Das wird auch kontrovers, aller Kontroverses diskutiert in der Filmwelt. Es gibt, glaube ich, keiner, keinen, den ich kenne, der sagt, yo, ist ganz okay. Nee. Sondern es gibt entweder Leute, die ihn abgrundtief scheiße finden und es gibt Leute, die ihn faszinierend und toll finden. Wir gehören, glaube ich, zur letzten Kategorie. Ja. Und die Rede ist von Darren Aronofskys Mother. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ja. Das ist, also Mother, Jennifer Lawrence spielt ja da die Hauptrolle, ist ein Mindfuck, wie man auf Deutsch sagt. Oh ja. Par excellence. Ja, absolut. Also das ist ein zutiefst verstörender Film, der einfach so dermaßen anders und unkonventionell und scheiß drauf ist, dass einfach, du sitzt vor dem Film und kriegst den Mund nicht mehr zu. Also ja, und vor allem halt, also so ging es mir halt, ich habe ihn irgendwann auch nicht mehr ertragen, also ich habe ihn dann auch körperlich irgendwann nicht mehr ertragen, weil ich halt, ich bin so, ich bin, glaube selten in einem Film so aufgegangen und mitgegangen, also ob ich dabei wäre und ich habe aber null, null Kontrolle gehabt, in irgendeiner Form das zu beeinflussen und das, dieser Kontrollverlust, der macht dich so fertig während dieses Films und ich meine, da kann ich jetzt halt auch wieder, letztendlich geht es halt um, die Jennifer Florence versucht halt, ein Haus zu renovieren, während ihr Mann, der wird gespielt von Xavier Bardem, versucht ein Buch zu schreiben. Dann gelingt ihm das auch, dann kommen noch zwei Protagonisten hinzu, das eine ist der Ed Harris, der heißt einfach nur Mann und die Michelle Pfeiffer, die heißt einfach nur Frau. So und dann wird das Ganze halt immer, ja, mindfuckiger, also anders kann man es nicht mehr sagen und das Ganze gipfelt in einem Ende, dass einen in 100 Jahren die Kinnlade nicht mehr hochschnellen lässt, weil man einfach denkt, mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen und das ist halt auch hier wieder Kino par excellence und eine, 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 eine Tour. Tour de Farce. Tour de Farce, auch für die Darsteller. Ja, es muss unglaublich gewesen sein, während den Dreharbeiten. Tour de Farce. Tour de Farce, Tour de Farce, Tour de Farce. Also auf jeden Fall ist es ein, ein Leidensweg, den man da mit anschaut und mit geht und, ähm, ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn und ich tue mich mittlerweile schwer, ähm, diesen Film auch zu empfehlen, weil ich habe ihn dann auch empfohlen und dann hieß es gleich, oh mein Gott, was hast du mir für einen Scheiß empfohlen, weil diejenigen, die dann auch noch angeschaut haben, und, ähm, ja, also. Das ist kein, kein Film, den ich empfehlen würde. Also den, also den kann ich niemandem un, unvoreingenommen empfehlen, weil. Ja, also wenn ihr, wenn ihr da, also wie gesagt, also Feel Good Movie ist das, also. Es ist ein Experiment. Es ist wirklich ein Experiment, ja. Und, äh, auf das kann man sich einlassen oder nicht und es ist, äh, ich sag mal Kontrollverlust the movie. Ja. Ähm, also wenn, äh, wie gesagt, es gibt ja, also ihr kennt ja die Situation im Leben, du hast es auch schon ganz gut beschrieben, wenn du halt die Kontrolle verlierst, also wenn du irgendwie das Gefühl hast, alles läuft aus dem Ruder, du hast nichts mehr im Griff und du hast, du wirst deinen Dingen nicht mehr her, das ist quasi der Film dazu, zu diesem Gefühl, das sich dann, also wirklich manifestiert, auch in einem grandiosen Schauspiel von Jennifer Lawrence, äh, die Kameraführung, äh, die, die Geräuschkulisse, es ist absolut verstörend, es ist ein Film mit vielen Meta-Ebenen, also ich hab schon etliche Interpretationen auch dazu gelesen, weil, äh, ich eigentlich, äh, die Hälfte davon nicht verstanden habe, es ist schon so ein, es gibt, es gibt eine, es ist eine Metapher, also der ganze Film ist eigentlich eine Metapher, welche das ist, das dürft ihr selber rausfinden. Oder dann nachlesen. Oder dann nachlesen, so wie wir, weil wir es nicht ganz verstanden hatten. Das hat uns, das hat uns, das hat uns aber jetzt, äh, weder den Film vermisst oder besser gemacht, äh, das war uns eigentlich relativ egal, sondern unser, äh, rein, äh, audiovisuell hat uns der Film einfach komplett, äh, geplättet. Ja. Ja, also das ist so ein, äh, ja, aber es ist, es ist so, er ist so anders, dass ich niemandem sagen würde, guck dir unbedingt diesen Film an, sondern es ist halt ein Experiment und auf das lässt man sich ein oder halt nicht. Das stimmt. Das war der, der, unser, unser Juli-Highlight. Genau. Ja, dann kommt der August, äh, im August, äh, waren wir wieder fleißiger. Waren wir wieder, ja, auch nicht, ja, waren wir wieder fleißiger. Ich hab, äh, Tomb Raider geguckt, äh, oder wir haben Tomb Raider geguckt, den, äh, hatte ich, der war heiß erwartet. Ich bin ein großer Fan eigentlich, äh, von dem Tomb Raider-Franchise seit dem Reboot, also dem spielerischen Reboot, seit es da halt, ähm, ja, diese neue Tomb Raider-Reihe gibt, hab ich jetzt auch alle drei Teile durchgespielt und ich finde die grandios und, ähm, das, ich, ich erwartete mir quasi jetzt, äh, von diesem filmischen Reboot auch das Pendant dazu. Das ist es auch in weiten Teilen. Ich finde, die Alicia Vikander als, ähm, Lara Croft ist die beste Lara Croft, die, die man sich vorstellen kann. Ich finde die sehr nahe an, an diesem, an dieser neuen Vorlage, aber es ist nicht wirklich ein guter Film geworden. Nein, ist nicht, aber ich meine, wir haben ja, also ich habe in dem Sinne auch nicht viel erwartet und ich finde genauso auch, dass sie passt. Äh, wenn ich dann sage zu anderen Mitmenschen, dass ich finde, dass sie passt, dann werde ich erstmal unglaublich angeguckt, weil ihre Körbchengröße halt weit von der ursprünglichen Lara Croft entfernt ist, also das ist wie zwei verschiedene Planeten, äh, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde halt, wenn man sich die neuen Spiele halt auch anschaut, also die neuen Computerspiele, dann passt sie, Punkt. Ja, perfekt. Und, ähm, ja, und dementsprechend, ja, es ist halt, äh, ja. Man hat halt wieder keinen, keinen faken Reboot oder hingesetzt. Nein, leider nicht. Also da gibt man dem Ganzen halt wieder zu wenig, also, ja, weil man einfach denkt, das reicht wieder. Also auch hier wieder, ähm, ja, wir haben die, die Schauspielerin, wir haben, äh, die Location, wir haben... Geld. ...Geld für die Action und, ja, das reicht schon. Also, lass mal Klofrau das Drehbuch schreiben, keine Ahnung. Also, keine, also, liebe Klofrauen da draußen, also, das ist jetzt kein Angriff auf euren Berufsstatus. Aber das, ja, Schuster bleibe dein Leisten. Ne, es war kein guter. Ja. Also, ausstattungstechnisch, ja, äh, sie ist die perfekte Lara Croft, aber es ist leider nicht der perfekte Film. Zum Glück ging's aufwärts. Ja, es ging aufwärts. Ja, was haben wir noch geguckt? Ähm, ja, also, was ich finde, was ein, ein sehr, sehr guter Film ist, ist, äh, und auch hier wieder Margot Robbie als Tonja. Ja. Ja. I, Tonja. Und zwar. Wo sie diese Eiskunstläuferin spielt. Ja, genau, die Tonja Harding. Ich glaub, äh, jeder kennt ja ungefähr, also, ich glaub, Menschen unseres Alters. Also, ich kenn sie noch. Ja, genau, also, das war ja auch so, äh, da waren wir. Ja, als Jugendlicher, als Kind, hab ich schon noch. Genau, da hat man das ja mitbekommen, wie sie ja, ähm, wohl, da diese einen Dame da die Kniescheibe zutrümmt hat. Mutmaßlich. Mutmaßlich. Und das ist quasi jetzt der Film dazu. Ja, und, äh, ich glaube, Margot Robbie auch beweist sie hier wieder Mut zur Hässlichkeit. Ja, das ist eigentlich eine hübsche Frau, ähm, die da halt den, den American White Trash verkörpert wie keine andere. Ja. Äh, es ist ein, 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 ein faszinierender, äh, Einblick in, in das Leben ist auch teilweise ein bisschen unkonventionell gemacht, so ein bisschen mit diesem Interview, Vorzurückschnitt und so. Ja, und auch, immer wieder auch die Dialoge mit den Zuschauern, also, sie spricht ja auch immer in die Kamera. Ja. Also, sie durchbricht die dritte Wand, oder wie heißt das? Die vierte. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Ne, es ist, äh, es ist ein toller Film, wirklich. Ähm, hat, es war dann nicht auch für einen Oscar nominiert? Ja, sie als, ähm, Hauptdarstellerin. Es, äh, ja, war großartig. Großartig, 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 großartig. I, Tonja. Äh, dann haben wir geguckt, ähm, die wir immer wieder gerne sehen, äh, Jessica Justain. Ja. Äh, in Molly's Game. Auch großartiger Film. Mit Idris Elba. Ähm, und, äh, den gibt's jetzt übrigens bei Amazon in dieser 99-Cent-Lieh-Aktion. Guckt ihn euch an, äh, sie spielt irgendwie so eine, naja, eine, eine Frau, die, ich sag es mal, illegales Glücksspiel organisiert. Mhm. Und, äh, eigentlich war auch eher so in Rückblenden erzählt wird, weil sie halt irgendwie vom FBI angeklagt wird oder so, ähm, und Idris Elba ihr, ihr Anwalt ist und ist ein tolles Porträt eigentlich dieser Frau, die, glaube ich, ist auch basierend auf einer, auf einer wahren Geschichte. Gibt's wirklich, ja. Ähm, aber spritzig erzählt, ist jetzt nicht dröge oder langweilig. Überhaupt nicht. Jessica Justain ist, wie immer, umwerfend, also die, ähm, die, ja, die hat einfach Charisma und, und es passt in diese Rolle. Die Frau, ja. Ähm, ja, hat uns, hat uns sehr, sehr gut gefallen. War auch eine Überraschung, die wir, äh, erst im Heimkino, also auf dem, auf der Couch gesehen haben. Mhm. Ebenfalls, äh, also weniger überraschend gut, sondern einfach sehr, sehr amüsant war der vierte Film, den wir herausheben möchten. Also wir, wir sprechen ja nicht über alle, die wir gesehen haben, aber das sind, eins der Highlights war, äh, der, äh, Death of Stalin, also der Tod von Stalin, äh, eine Komödie, die irgendwie, wo ich einen Trailer gesehen habe, wo irgendwie Steve Buscemi mitspielt, ähm, und, äh, irgendwie noch ein paar so sehr bekannte Gesichter. Ja, der Jeffrey Tambor, da, äh, 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 Gott. Ja, auf alle Fälle ein paar. Justin Edwards, nee, Michael Pellin. Sehr bekannte Gesichter und, äh, der, der Trailer war schon so skurril. Ja. Dass, äh, ich mich sofort verliebt habe und, naja, es geht im Prinzip tatsächlich so, ein, also mit großem, großem Augenzwinkern und viel Ironie erzählte politische Renkel, äh, nach dem, ähm, Tod von Stalin. Ja. Also das ist, äh, es ist halt einfach, äh, wenn man sich so ein bisschen mit dem Kommunismus in, in, ähm, der Sowjetunion, äh, auseinandersetzt, äh, was sich ja erst kürzlich, ähm, im Zuge eines anderen Podcasts gemacht habe und diesen Film dann sieht und weiß halt, welche, was für ein Monster ja auch war. Was für ein Monster eigentlich Stalin war und was für ein Monster natürlich auch seine ganzen Handlanger waren, äh, ist dieser Film einfach ein, ein herrlich, äh, frischender, zutiefst schwarzhumoriger Blick, äh, auf dieses, ja, auf diese Maschinerie. Das stimmt. Hat mir, äh, viel Spaß gemacht. Ja, dann, apropos viel Spaß gemacht, kommen wir zum, äh, September, äh, 2018. Ja. Da haben wir auch, äh, eine Komödie gesehen. Ja. Und es auch Spaß gemacht hat. Meinst du The Disaster Artist? Ganz genau. Ähm, ich persönlich, ähm, kannte das Phänomen Tom, Tommy Wiseau, äh, bis dato nicht. Nein. Äh, ich glaube, das ist aber ein amerikanisches Phänomen, oder? Ich weiß nicht, äh, es geht, es geht um, um Tommy Wiseau. Tommy Wiseau ist ein Schauspieler in Anführungszeichen, der irgendwie, der einfach, sagen wir es wie es ist, der ist so schlecht, dass ihn niemand engagieren wollte, dass er entschlossen hat, selbst einen Film zu machen. Äh, 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 mit ihm, äh, natürlich als Hauptdarsteller, seinem besten Freund als, äh, äh, Nebendarsteller und das Drehbuch von ihm und Regie von ihm, äh, ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, heißt The Room, äh, kann man sich angucken, ist, ist so schlecht, dass er halt lustig ist. Das ist so, äh, ja, also dieses, äh, äh, Plan 9 vom Outer Space, äh, Phänomen und, äh, der Franco, James Franco hat, äh, verkörpert, ähm, Tommy Wiseau in diesem Film, perfekt, ja, Mimik, Gestik, äh, perfekt, äh, für Regie, glaube ich auch, ne? Ja, und, äh, ja, hat einen Film gemacht über die Entstehung von The Room und er ist einfach nur skurril und witzig. Ja, und es ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig zu beobachten, weil halt, ähm, ja, das Ganze endet ja dann in der Vorführung dieses Films dann endlich, wenn es dann mal so weit ist und, ähm, ja, irgendwie, äh, feiern die Leute erstmal so, äh, das gar nicht und dann mit dem Ende und dann feiern sie es doch und, und dann, ähm, das Ganze entwickelt sich halt zu einem Kultfilm, aber aufgrund der Schlechtigkeit und, äh, es ist halt für ihn dann, ähm, schwierig, das zu greifen, so quasi, die Leute mögen ihn, aber nicht, weil er gut ist, sondern weil er so scheiße ist. Genau. Und, äh, genau, und das ist halt dann, zum Glück kriegt er ja dann noch die, also er kriegt ja dann die Kurve, aber das Ganze zu beobachten ist dann halt, ja, da bleibt einem schon manchmal so ein bisschen das Lachen im Hals stecken, weil das Ganze halt schon auch ein bisschen traurig ist. Ich glaube aber, dass er, also mittlerweile, was ich glaube, ich weiß, es hat seinen Frieden damit gemacht und er, er lebt dieses, diesen Kult, ja, und, äh, der taucht auch immer wieder auf, äh, bei, bei Aufführungen auf, äh, und der lässt sich da feiern, also das mittlerweile, also, wie du schon sagtest, der ist, der Film kommt gut an, aber aus anderen Gründen, als er dachte zunächst, aber mittlerweile, glaube ich, ist er da. Ja, und, äh, ja, James Franco, ich habe ein paar Interviews auch mit ihm gesehen, auch mal bei solchen Nightshows mit Jimmy Fallon oder so, wo er halt erzählt, wie er den zum ersten Mal angerufen hat und so, also der, der beschreibt den halt genauso, wie er ihn darstellt und so, also das, ja, ich fand das toll, mittlerweile gibt's, gibt's bei uns auf Arbeit auch ein paar so, so, so Running Gags aus The Room, die, die wir da in unserem Sprachgebrauch aufgenommen haben, es ist, es ist ein echt lustiger Film und uns hat er gut gefallen, ja. Nicht ohne Längen, muss ich dazu sagen, also er hat schon so ein paar, ein paar Hängerchen drin, er ist nicht perfekt, ähm, es ist kein, äh, ständig Tränen-Lach-Film, wie du schon sagtest, ab und zu ist er auch ein bisschen traurig, aber sehenswerte Komödie. Apropos sehenswert. Ja, und zwar, ähm, den haben wir ja nicht auch, das war ein Film, den wir im Kino sehen wollten, es dann aber doch nicht getan haben und zwar, äh, The Beautiful Day mit Joker and Phoenix, ähm. You were never really here, heißt er auf Englisch. Auf Englisch, genau. Und, ähm, das ist halt auch wieder ein, ein, ein... Ein Brett von einem Film. Ein Brett von einem Film, genau, ein Wahnsinnsfilm. Ähm, auch hier wieder eine bedingte Empfehlung. Ja. Weil das sind, ja, er ist sehr düster, er ist sehr unkonventionell auch wieder gedreht, er ist, ähm, auch brutal, aber jetzt nicht dieses, ähm, diese Brutalität der Coolness wegen, sondern, ähm, ja, er ist halt ein, Joker and Phoenix spielt ein, ja, Auftragsmörder kann man, oder so ein Putzer halt, also so. Ja, aber es ist jetzt, nee, aber eher so ein Problemlöser. Ja, Problemlöser. Er ist eher so ein, ja, aber eher auf der guten Seite. Ja, also er ist jetzt kein, äh, er ist jetzt kein Arschloch vom Herrn. Er ist kein Auftragskiller, der gute Menschen hat, sondern er lässt sich engagieren um Probleme, also, was weiß ich, Empführungsfälle oder, äh, irgend sowas, also er ist jetzt kein Hitman. Nein, gar nicht. Er ist ein Problemlöser. Also, ja, äh, dementsprechend er ist ja auch, ja, er ist ja auch ein, ein Kriegsveteran. Ein traumatisierter. Ein sehr traumatisierter, das sieht man in Teilen, aber es ist kein zentrales Thema, aber es ist einer der Gründe, warum er so ist, wie er ist. Deswegen wird das Ganze so ein bisschen, ähm, ein bisschen gezeigt. Ja, ich finde, Joaquin Phoenix war nie besser. Ja. Der ist unfassbar gut in diesem Film. Der Film ist düster, er ist brutal, er ist verstörend. Sound und Soundtrack sind für mich der zweite heimliche Hauptdarsteller. Ja. Die geht einem so dermaßen unter die Haut, die ist unangenehm. Ja. Also, es ist... Ja, weil es ja auch immer so laut ist, ja, also, auch so Nebengeräusche, diese ganzen Geräusche, wo im Hintergrund sind. Also, du hörst halt auch immer dem sein, 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 die Geräuschkulisse, die ja bei anderen Filmen dann immer runtergestellt werden, weil man ja die Musik hören soll, ist halt viel lauter. Und das ist halt, äh, also, ob du halt dabei sitzt, auch hier wieder. Und, ähm, was ich halt nochmal beachtenswert finde, das Ganze wurde von einer Frau gedreht. Und das ist ja jetzt nicht so der typische, ähm, Gott hab sie selig, sie ist dieses Jahr auch gestorben, Penny Marshall. Aber es ist halt einfach nochmal eine völlig andere Kategorie von Film. Und ich finde es dann in dem Sinne halt auch beachtenswert, dass das eine Frau halt auch solche Filme halt auch machen kann. Ja. Und macht, also, kann und will und tut und das ist auch gut so. Ja, also, wenn man, wenn man, also, wie gesagt, Joaquin Phoenix ist eine Naturgewalt in dem Film. Ja. Ähm, unglaublich. Also, ich, ich, wir waren platt danach. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich mir unsere Liste da so durchgucke. Das ist mein Heimkino-Highlight 2018. Ja. Ja. Ich fand, Beautiful Day ist einer der Filme, die mich wirklich, wirklich beeindruckt haben und wo ich mir gedacht hab, schade, dass ich den nicht im Kino gesehen hab. Wir haben viele gute Filme gesehen, auch zu Hause. Ähm, auch Mother zum Beispiel, aber ich finde Beautiful Day, also, im Vergleich zu Mother ist A Beautiful Day absolut konventionell. Ja, das ist schon rahmenlos. Obwohl der auch anders und verstörend ist. Ja. Aber bei weitem nicht so wie Mother, nicht so experimentell. Ja. Trotzdem kein Film für jedermann, ganz sicher nicht. Es ist kein konventioneller Rache-Thriller-Action-Film oder sowas. Äh, erwartet, erwartet da bitte keine, äh, es ist kein Film, der nach irgendwelchen Konventionen spielt. Definitiv nicht. Nee, gar nicht. Ich glaub, das kristallisiert sich jetzt auch zunehmend immer heraus, dass uns solche Filme, ähm, immer besser gefallen, weil wir natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte so viel gesehen haben und so viel auch zum fünften und hundertfünfzehnten Mal, also, dass wir halt auch immer sehr froh sind, wenn Filme sich mal was Neues trauen. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir noch einen gesehen, ich will es nur kurz erwähnen, weil wir beide nicht sehr angetan waren davon, hatten uns mehr erwartet, weil Oscar nominiert war Lady Bird, ähm, mit der Suarez, Suarez, Ronan. Ronan, ja. Die, ähm, die ich großartig finde, ich mag sie, aber ich mag den filmlich, ich find den zu belanglos. Ja, wobei, ich mein, ich fand ja. Die Geschichte einfach so. Ja, also, sagen wir's mal so, würde man den Film ohne dieses ganze Brimborium, was drumrum war mit, äh, Golden Globes und Oscars und, und da und Drehbuch und wenn man den ohne das Ganze sehen würde, es ist ein guter Film, er erzählt eine, eine, ähm, gute, also eine interessante, spannend, also spannend ist anders, aber diese Mutter-Tochter-Dynamik, was die zwei da haben, das ist schon auch, ähm, sehenswert, es ist, ja, aber er ist absolut überwärtig. Er ist darstellerisch über, über jeden Zweifel, also der ist großartig gespielt. Ja, aber. Aber die Story als solche fand ich irgendwie so. Ja, es ist halt schon ein bisschen langweilig. Etwas, etwas dahin plätschernd. Ja, das ist dann halt, ähm, warum müssen dann solche Filme dann immer so langweilig sein, weil, ich mein, wenn man jetzt, äh, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, ist, da passiert ja im Prinzip auch nichts. Also in dem Sinne, da, weißt du, da macht der eine, jeder macht seine Handlung, aber es ist nicht langweilig. Weil die Figuren interessanter sind. Ja, genau, das ist das. Und Lady Bird, fand ich, hat so, also es sind schon gute, gut gespielte Figuren, aber die Figuren selber sind nicht so interessant. Nein, es ist halt ein Teenager, der halt, ja, Teenaged. Teenaged, genau. Der ist vor sich hin Teenaged. Ja, nee, es war mir ein bisschen ernüchtert. Ja, ist jetzt sicher kein schlechter Film, äh, davon ist er weit entfernt, aber ich glaube so, die Erwartungshaltung, die da aufgebaut wurde, hat er für uns, äh, nicht erfüllt. Dann sind wir im Oktober. Ja. Da waren auch schon ein paar Gurken wieder dabei. Ja, mehr Gurken als alles andere. Ja. Willst du mit der größten Enttäuschung anfangen? Oh ja. Die größte Enttäuschung im Oktober, die wir unbedingt im Kino sehen wollten, aber nicht konnten und dann jetzt im Oktober geguckt haben und froh waren, dass wir nicht im Kino gesehen haben. Genau, das ist nämlich Jurassic World Fallen Kingdom. Ja. Und, äh, mein Gott, ist das schlecht. Was war das denn? Ja, furchtbar. Also, man muss echt sagen, also der Film geht ja auch, wie die meisten Filme, so ungefähr zwei Stunden. Ja, so ungefähr. Die erste Stunde kann man sich anschauen und die andere Stunde kann man dann ausmachen. Also, man kann wirklich ausmachen. Und es tut auch nicht weh, wenn man die zweite Stunde nicht gesehen hat, weil… Ja, mit mir tut's weh, dass er so geworden ist. Ja. Weil, ich fand wirklich die erste Stunde grandios. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Und dann nimmt er eine Wendung. Ja. Die Geschichte. Und ich dachte mir so, was soll das alles? Also, das ist so vollkommen gaga. Ja, ganz gaga. Und auch weit ab von dem, was, was Jurassic Park so die letzten Jahrzehnte immer ausgemacht hat. Ich… Es ist halt… Es ist ein Experiment vielleicht. Ja, weil die Viecher, die sind jetzt halt von der Insel weg. Ja. Oder aus dem Park raus oder was auch immer. Und dann… Aber ab da funktioniert's einfach nicht mehr. Weil die Filme früher immer so funktioniert haben, ähm, erstmal sind alle Juhu, 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 Dinosaurier und dann, oh scheiße, Dinosaurier. Also, ähm, und wenn halt die, die, das Gehege oder, oder die, die Welt dann zusammenbricht und man bringt die Tiere dann von einem Ort zum anderen und, ähm, dann werden die ja dann auch versteigert und, und das Ganze. Und dann gibt's auch noch einen super, nicht einen Supercomputer, sondern einen Superdinosaurier. Ja, weil es war doch, es war doch früher immer so, dass es hieß, äh, der Mensch ist, ist quasi all dem… Ohne der Schöpfung? Ja, nee, eben nicht. Das wird halt umgedreht immer. Und der Mensch wird… Das ist ja schön, das ist ja das schöne Thema. Im, in, in, also dem, der natürlichen Umgebung des Dinosauriers quasi in diesem Park quasi ausgeliefert, der Mensch. Genau. Und das war immer so das Reizvolle, ja, das hat's ja in zig Variationen gegeben und ich hatte auch durch, also wir müssen dazusagen, dass wir mit dem letzten Jurassic World viel Spaß hatten. Ja. Mehr Spaß als erwartet. Ja. War natürlich auch eine gehörige Portion Nostalgie dabei und auch das Ende war jetzt auch wieder so ein bisschen, ne, aber nichtsdestotrotz, wir haben Spaß gehabt. Und das jetzt ging in eine Richtung, wo ich gesagt habe, naja, sie wollten vielleicht mal was ausprobieren, die Dinosaurier halt tatsächlich woanders hin verlagern, aber ich finde, dass das aus meiner Sicht nicht gelungen ist, das Experiment. Ich finde furchtbar. Ja, und sie hatten so eine ganz komische Botschaft auch, wo ich so gesagt habe, okay, also in Teilen unterstütze ich das ja, aber dann ging's dann wieder, wie war denn das jetzt noch? Darum, dass man doch wieder alle auslöscht und so. Also ich, ich, ja. Ja, genau, also im Prinzip war es ja so, dass die ja die Dinosaurier erschaffen haben und dann ja irgendwie gemerkt haben, so oh, jetzt sind sie ja von, jetzt haben sie, genau, jetzt haben sie ja von der Insel die gerettet und dann, ja, haben sie sich natürlich wieder nicht so verhalten, wie es den Menschen halt passt und dann, ja, was macht man dann damit? Ja, dann muss man halt alle wieder töten. Also im Prinzip, egal welches Tier, ja, letztendlich muss das halt immer so funktionieren, wie der Mensch es halt möchte und das ist halt, ich weiß nicht, also ich fand das jetzt ganz komisch. Naja. Ja, dann, äh. Die nächste Gurke, das war, ja okay, da haben wir aber auch nicht viel erwartet, aber weil halt viele immer gesagt haben, hey, der macht Spaß, der macht Spaß und das war halt auch hier wieder Dwayne The Rock Johnson, der mitunter am meisten gebuchtete Schauspieler der Welt, äh, spielt in Rampage ein, ähm, das ist ein Computerspiel, gell, genau, da spielt er den Affenhüter, den Affenfreund. Den Gorilla-Freund. Den Gorilla-Flüsterer. Ja, genau. Und, äh, ja. Ja gut, ich meine, die Prämisse ist halt, irgendwelche, irgendwelche... Risiken Tiere. Tiere, wer, äh, wachsen, äh, auch hier, der Mensch ist wieder schuld. Ja, wachsen halt zu gigantischen Ausmaßen und, und, und kloppen aufeinander ein und machen eine Stadt platt, äh, das, also, ähm, das entspricht ziemlich genau dem, ähm, Computerspiel, das kenne ich sogar, habe sogar gespielt damals, wo du halt einfach, äh, ja, gegeneinander in der Stadt antrittst und Punkte halt kriegst, wenn du die, die Gebäude platt machst und so. Ja, genau. Aber, und natürlich war unsere Erwartungshaltung entsprechend, ja, immer, was wirst du erwarten? Dwayne Rock Johnson, es geht um gigantische Monster, die aufeinander einkloppen, das kann aber auch Spaß machen. Äh, leider hat sich der Film, finde ich, in vielen Teilen dann die Spur zu ernst genommen. Ja. Also, er würde, er funktioniert dann am besten, wenn er sich nicht ernst nimmt, dann, dann, dann gibt es schon ein paar Momente, die echt lustig sind und Spaß machen. Ja, vor allem, dann der Affe halt, also der, der, wie heißt er, wie heißt er? Maurice, nee, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wie der Affe hieß. Nein. Doch, ist schon egal. Red weiter. Und, aber er nimmt sich halt dann doch in manchen Bereichen wieder zu ernst und dann denkt man sich, ja, gut, das, das hätte es dann nicht gebraucht und das, ja, macht den Film dann schlechter, als er hätte sein können. George. George heißt er. Er hätte es einfach weglassen können. Ja. Ja, war kein, kein Spaß für uns. Ja, der Film, der uns dann wieder erwarten, mehr Spaß gemacht hat. Weil er auch wieder sauspannend war. Weil er sauspannend war, war ein Feuerwehr-Drama. Nach wahren Begebenheiten wieder. Nach wahren Begebenheiten, auf Deutsch No Way Out gegen die Flammen. Auf Englisch Only the Brave. Der Ding spielt mit. Josh Brolin. Josh Brolin und die sehe ich immer wieder gerne, lange nicht mehr gesehen, die Jennifer Connelly, die vergöttere ich ja und die hat da wieder mal mitspielen dürfen und fand ganz sehr angenehm, dass man die mal wieder auf einer Leinwand sieht. Ja, vor allem halt, die hat ja mit Josh Brolin, die haben ja ein Paar gespielt und die Dynamik der beiden, die war also Wahnsinn und auch die Dynamik, weil das ein sehr, ja, ungewöhnliches Ehepaar auch war. Ja, und sie auch sehr emanzipiert und ja, wirklich toll. Geht aber im Grunde nicht um die beiden, also geht schon ein bisschen um die beiden, aber es geht halt um Großbrände oder halt so Feuerwehr-Spezialeinheiten, die darauf spezialisiert sind, halt Großbrände in den Griff zu kriegen. Basiert natürlich auf einer wahren Geschichte. Das Ende verraten wir euch jetzt nicht. Wir wussten es auch nicht und hat uns tatsächlich erwischt. Nichtsdestotrotz ist, der Pathos hält sich in Grenzen. Es ist halt so, dass, also bei solchen Filmen, also bei den Amerikanern ist ja immer so, wenn es um Feuerwehr geht, ist ja deren größter, also da sind sie ja wahnsinnig stolz drauf und auf ihre Feuerwehrleute. Und zu Recht, ja, weil was die da leisten, ist natürlich schon beachtlich, aber da läuft natürlich immer Gefahr, dass solche Filme natürlich in Pathos versinken und das tut dieser hier nicht. Er ist natürlich schon, findet es auch seinen Platz, aber es ist trotzdem sehr angenehm zurückgefahren und spannend gemacht. Ja, das stimmt. Hat uns auch überrascht. Ja, dann kommen wir jetzt zu den verbleibenden zwei Durstmonaten. November und Dezember, also erstmal den November, da haben wir nur einen einzigen Film herausgepickt. Ja, weil wir auch echt nicht viel gesehen haben. Wir haben wahnsinnig viel gesehen, aber keine Filme. Ja, keine Filme, genau. Und das ist, sagen wir es mal so, also die letzten Gurken waren so ein bisschen, ja, Schuldwürfel. Also wir wollen ihnen jetzt nicht die Schuld geben, aber es ist halt einfach so, wenn du hintereinander immer wieder so Filme siehst, wo du denkst, ja, okay, irgendwie hat es mich jetzt nicht so gepackt. Und es ist halt einfach so, und da stehe ich auch dazu, dass Hollywood es immer wieder vernachlässigt, gute Filme mit guten Drehbüchern halt einfach zu machen. Und wenn man dann halt mal sagt, okay, ich möchte jetzt mal Geschichten, die einfach mich packen oder mit mir halt in irgendeiner Form was machen, dann ist es so, dann muss man halt einfach Serien schauen, weil da auch die Abwechslung einfach besser ist. Weißt du was, ich glaube, es ist, also ein Problem, das wir haben, ist ja das, dass wir schon, glaube ich, einen sehr guten Radar entwickelt haben für Filme, die wir für sehenswert erachten und auch im Kino sehen wollen. Und das heißt, es geht noch ein gewisser Teil einfach durch, der uns aus zeitlichen Gründen oder logistischen Gründen einfach durch die Lappen geht, weil die Spielzeiten nicht passen oder wir gerade keine Zeit haben oder sowas. Die haben wir auf dem Schirm und die gucken wir dann halt, sobald sie irgendwo erhältlich sind oder kaufen sie uns vielleicht auch manchmal sofort. Und da bleibt aber dann gar nicht mehr so viel. Und das heißt, wir haben uns halt schon durch dieses filmische Angebot immer so ein bisschen durchgearbeitet. Und wir sitzen halt tatsächlich immer öfter mal davor und denken, okay, kennen wir, kennen wir, wollen wir nicht, kennen wir, wollen wir nicht, wollen wir nicht, kennen wir, wollen wir nicht. Und es wird für uns tatsächlich zunehmend schwierig, dann tatsächlich mal irgendwas rauszusuchen und sagen, da habe ich jetzt mal wirklich Bock drauf, den zu gucken. Was dann zwangsläufig daran mündet, dass wir sagen, nee, wir gucken dann halt Serien. Und das hat halt vielerlei Vorteile. Zum einen ist es schön dosierbar, weil man halt wirklich mal eine Stunde nur braucht, um eine Folge zu gucken und nicht gleich wieder zweieinhalb Stunden investieren muss. Und natürlich die in ihrem Niveau und auch von den Produktionsqualitäten her einfach den Kinofilmen mittlerweile halt in nichts mehr, also wirklich in absolut gar nichts mehr nachstehen. Deswegen, ja, ist es, ja, sind es jetzt dieses Jahr weniger Filme geworden. Das war sicher auch ein Grund. Gut, wir haben auch ein anderes Hobby wieder verstärkt aufgegriffen, die Brettspielerei. Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund. Nein, also im November jetzt definitiv nicht. Ja, wir haben im November, lassen wir die Katze aus dem Sack, was haben wir geguckt? Verblendung haben wir geschaut. Und zwar aufgrund dessen, weil jetzt eben Dezember, November, Dezember, November kam ja die Neuverfilmung eines, ja, Lisbeth Zalanda angelehnten Romanes, Filmes, keine Ahnung, whatever. Und, wie heißt sie denn, die Claire Foy hat Lisbeth Zalanda gespielt. Somit ist sie jetzt die dritte Person, die diese Rolle ausfüllt. Und dann im Zuge dessen habe ich jetzt die alten Filme nochmal gekauft. Auf Blu-ray. Auf Blu-ray. Weil ich die auch noch nicht kannte. Genau, die Millennium Trilogie, wie es so schön heißt. Und da haben wir dann den ersten Film angeschaut mit der Naomi, Nomi Rapace. Nomi Rapace, ja. Nomi Rapace. Irgendwie, naja, bei mir heißt sie schon wieder anders. Nomi. Ja, darf ich was sagen dazu? Ja, natürlich darfst du was sagen. Du kanntest sie ja schon. Ich kannte es schon und ich hatte es auch viel, viel, viel besser in Erinnerung. Das muss dazu sagen, ich finde sie grandios in der Rolle, also Nomi Rapace. Ich mag die, ich mochte die halt auch schon aufgrund ihrer etwas jüngeren Rollen, die sie, also in Alien zum Beispiel, spielen durfte. Perfekt für mich als Lisbeth Zalanda. Aber ich finde diese, man merkt, die Regie dieser Filme, die hat TV-Film-Niveau. Also das ist, man kann jetzt, da gibt es ja Leute, die dieses Remake vom David Fincher verteufeln und ich muss sagen, ich habe jetzt, nachdem ich Verblendungen gesehen habe, so Bock, das Remake vom Fincher zu kaufen und zu gucken, weil das einfach regietechnisch so viel besser ist. Das, also man kann von den Figuren und den Darstellern halten, was man will. Also ich finde, dass die passen, also die Originaldarsteller passen und auch die des Remakes passen und man kann sich darüber streiten, was ist der bessere, die bessere Lisbeth Zalanda ist. Das ist nicht das Problem des Remakes, finde ich. Das Problem des Remakes, also ich finde, dass das Remake viel mehr besser als schlechter macht. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine zum Beispiel, also, ich habe vielleicht nicht erwähnt, dass ich das Remake vorher gesehen habe. Doch, nee, hast du nicht erwähnt, aber jetzt hast du es erwähnt. Ja, genau. Also mit Daniel Craig und, und. Ja, da ist aber auch, Daniel Craig ist aber einfach auch der bessere Schauspieler im Gegensatz zu dem Michael Nisquid oder wie er heißt. Nyquist. Nyquist, genau. Der eigentlich, also das ist mir auch damals wieder nicht so aufgefallen, aber ich finde es irgendwie krass, weil wir jetzt. Von dieser Trilogie zwei Filme halt gesehen haben und im Prinzip schafft das halt wirklich durchgehend dieselbe Fresse halt zu ziehen. Und es ist halt immer so dieses, äh, ich kann jetzt nicht bis drei zählen. Und das ist halt irgendwie krass. Und wenn man dann halt weiß, also ich meine, Daniel Craig ist jetzt, ja auch jetzt nicht der Schauspielgott, aber das ist halt, der schafft es wenigstens mal unterschiedlich in die Kamera zu schauen. Und er ist halt einfach der bessere Schauspieler. Und, ähm, bei der, äh, Nomi ist halt, und der Rune, Rune Mara. Rune Mara. Rune Mara. Ja, da finde ich, ähm, da schenken die zwei sich jetzt nicht. Die geben sich nicht viel. Die geben sich nicht viel, die sind beide gleich. Ähm, die Claire Foy habe ich jetzt nicht gesehen. Aber da ist es jetzt halt einfach so, dass, äh, für mich ab dem Moment, wo Steve Larsen halt gestorben ist, für mich halt, ähm, die Serie gestorben ist. Auch die Serie gestorben ist. Also ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen. Genau wie, keine Ahnung. Ja, ein bisschen hart oder so, keine Ahnung. Vielleicht verpasse ich auch wirklich was, wenn ich was verpasse und ihr habt die Bücher schon gelesen und ihr findet sie genauso gut wie die Steve Larsen-Romane, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hat es ja jemand gelesen. Naja. Ja gut. Das war der November. Das war der November. Wir haben Verblendung geguckt. Genau. Das war das Original aus der Millennium-Trilogie und dann im Dezember natürlich gefolgt vom zweiten Teil von Verdammnis. Und auch hier wieder hatte ich es auch sehr viel spannende Erinnerung und ich muss auch sagen, ich habe auch die Bücher gelesen und da ist es ja so, dass der zweite Roman mit einem... Aber nicht spoilern. Nein, aber er hat einen Cliffhanger. Ah, okay. Und das war halt wirklich, ich weiß noch, wie ich damals das Buch fertig gelesen habe und ich halt mitten in der Nacht halt schnell noch, ich glaube sogar das, ich glaube, entweder hatte ich es oder ich musste dann wirklich am nächsten Tag in die Stadt gehen und dieses Buch halt kaufen und das passiert halt sehr, sehr selten, dass du halt wirklich ein Buch wegliest und sagst, okay, ich muss sofort weiterlesen. Und das war halt damals so und das ist halt auch wieder hier. Haben sie das am Beginn des dritten Buches quasi mit reingenommen? Ja, haben sie es mit reingenommen und ja und auch hier wieder diese Fernsehfilm, dieser Look halt einfach. Es ist so dermaßen konventionell gefilmt, so unspektakulär inszeniert. Also ich erwarte jetzt da kein Action-Feuerwehr, gar nicht. Aber ich finde es extrem unspannend. Ja, leider. Das ist, wie gesagt, die Figuren sind wahnsinnig interessant, vor allem natürlich die Lisbeth Zalander und ich finde, dass sie filmisch da viel zu wenig draus gemacht haben. Ja, leider. Ja, wir werden uns sicher den dritten Teil noch angucken. In Kürze aber auch wird dann Teil wahrscheinlich des nächsten Jahresrückblicks werden, dann 2019. Aber das war, ja, ich war ernüchtert. Ernüchtert, weil ich natürlich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört habe, natürlich nicht zuletzt von dir. Ja, ich war auch ernüchtert, weil ich es irgendwie besser in Erinnerung hatte. Aber so geht es einem ja halt mit vielen Dingen, die man in seiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter gesehen hat, wo man so cool und so toll fand. Ja, so jung war ich das aber auch nicht mehr. Wo man jetzt, wenn man das mit jemandem anguckt und sich ein bisschen schämt dafür und sagt, oh, eigentlich. Nee, so weit war es noch nicht. Aber sowas gibt es auch. Ja, das gibt es auch, ja. Das ist ein Fremdscham-Film. Aber in der Tat war der Dezember dann, da waren doch ein paar Highlights dabei. Was heißt ein paar? Ja. Wir haben, wir haben endlich geguckt, den wollten wir eigentlich im Kino sehen, haben wir geguckt, Taris Reise oder im Original Isle of Dogs, der neue Film von Wes Anderson. Genau. Und wir beide, auch Wes Anderson ist ein Regisseur, den man hasst oder liebt. Ja. Ja. Das ist ein ganz, ganz typischer Fall von mag man oder hasst man. Wir lieben Wes Anderson. Wes Anderson macht unglaublich skurrile Filme. schon immer. Also, der macht ja so Sachen wie Darjeeling Unlimited, Royal Tenenbaums. Aber das ist Grand West. Tiefseetaucher, Grand Budapest Hotel. Ja, fantastische Mr. Fox. Aber der ist echt super. Ja. Ja. Grand Budapest Hotel. Also, der ist aber wirklich gut. Also, ich meine, also, den muss aber wirklich jeder mal gesehen haben. Egal, ob er den Wes Anderson macht. Moonrise Kingdom ist auch so. Ich finde die alle super, weil die unglaublich skurril sind, von vorne bis hinten. Also, das ist so ein ganz schräger Humor. Und ich kann mir vorstellen oder ich kann auch verstehen, wenn Leute überhaupt nichts damit anfangen können, mit seinen Filmen. Wir lieben Wes Anderson, deswegen haben wir uns Isle of Dogs angeguckt oder Ataris Reise. Das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm, so wie der fantastische Mr. Fox, der jetzt weniger durch irgendwie mega spannende, emotionale Handlungspunkte, sondern einfach durch diese Welt und die Fantasie und die Technik. Ja, das ist echt toll gemacht. Und es ist ein unglaublich toll gemachter Stop-Motion-Film. Ja. Ja, also mein All-Time-Favorite-Animationsfilm, Stop-Motion-Animationsfilm ist und wird wahrscheinlich auch für lange Zeit Kubo and the Two Strings bleiben. Da kommt auch Sean der Schaf nicht ran. Ich finde, Kubo ist einfach unglaublich gut. Wobei dann auch wieder hier die ganzen Tim Burton-Filme, Nightmare Before Christmas. Trotzdem, Kubo ist schon... Ja, das ist halt nochmal... Ja, aber das ist, weil die Technik halt auch... Du siehst halt da... Auch die Story. Ja, die Story auch. Aber die Technik ist halt einfach nochmal ein Stück weiter gewachsen. Deswegen siehst du einfach... Aber nichtsdestotrotz, Isle of Dogs, Taris Reise, schöner, herrlich skurriler... Sonntagsfilm. Sonntagsfilm. Wenn man Wes Anderson mag. Genau. Dann haben wir auch wieder so einen Sonntagsfilm geguckt. Ja, der Ocean's 8, den haben wir ja auch bewusst im Kino nicht angeschaut, weil wir befürchtet haben, dass er einfach nichts hergibt für einen Kinofilm. Und ja, er gibt für einen Kinofilm einfach nichts her. Und er ist ein unglaublich stylischer Film. Die Mädels machen alle eine unglaublich tolle Figur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also jede der Darstellerinnen, sei es Sandra Bullock, sei es... Kate Blanchett. Kate Blanchett. Die Anne Hathaway ist Zucker. Also die sind alle wahnsinnig toll ausgestattet. Aber er ist halt... Unglaublich viel verschenkt. Also ich finde... Ja, ein bisschen langweilig. Also er ist eigentlich langweilig. Also es ist ja so, wenn man... Also wenn man diese Ocean's Filme kennt, dann weiß man ja, wie die ungefähr ablaufen. Es gibt irgendwie einen großen Coup. Und... Na, erstmal kommen sie ja alle erstmal aus dem Klass. Ja, die kommen irgendwie alle zusammen und treffen sich. Aber im Grunde geht's natürlich... Steht und fällt der Film letztendlich mit der Ausführung dieses Coups. Ja. Und wie man den so versemmeln kann... Das war schon sehr unspektakulisch. Wie man diesen eigentlich ziemlich grandiosen Coup so inszenatorisch versemmeln kann. So muss man sagen. Er ist ihnen ja gelungen. Das ist ja keine große Überraschung. Das war richtig platt. Und ich dachte, wie kann man das so langweilig machen? Ja. Und dann auch so dieses... Diesen Twist am Ende nochmal so reingeschoben. Und selbst der hat mich dann nicht mehr vom Hocker gerissen. Ja, auch hier wieder... Das war ja so wie der Ghostbusters-Film. Auch hier war ja wieder... Hat es das jetzt wieder gebraucht, dass ein Männerfilm nochmal neu mit Frauen veröffentlicht wird. Und auch hier gab es, glaube ich, wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Shitstorm. Ja, es ist halt... Nee, der hat mit den Frauen funktioniert da genauso gut. Ja, auf jeden Fall. Aber sie haben es einfach nicht gut inszeniert. Nee, liegt nicht an den Frauen. Nein, gar nicht. Weil die sehen alle toll aus. Und die können ja auch alle Schauspieler. Klar, können sie das. Haben sie schon mehrfach bewiesen. Und auch Sandra Bullock und Cap Blanchett haben den Oscar vergoldet. Ja, und Helena Bornham Carter, die spielt auch mit. Und Rihanna mit ihren breiten Hüften. Und ihren Dreadlocks. Nee, die hat, wie gesagt, die haben es einfach... Die Inszenierung ist einfach viel zu konventionell und viel zu unspannend. Für so einen Film habe ich mir mehr erwartet. Ich meine, die letzten Oceans-Filme waren jetzt auch keine Offenbarung mehr. Aber der war einfach schade. Viel, viel verschenkt. Ja. Schade, wirklich. Also mit den Darstellern oder Darstellerinnen jetzt an der Spitze hätte man echt... Das sind Zugpferde einfach. Damit kriegt man... Also ganz einfach ist auch die Leute ins Kino. Und warum muss man denen dann so eine konventionelle Costa vorsetzen? Ja, schade. Finde ich schade. Ja. Dann haben wir geguckt einen Film, der... Auf den ich zumindest aufmerksam wurde, weil er von Alfonso Cuaron stammt. Und den ich... Der sich für mich oder für uns, glaube ich, einfach mit Gravity ein filmisches Denkmal gesetzt hat. Ja. Wir haben Gravity geguckt damals vor unserer Podcast-Zeit. Und das ist ein Film, der halt im Kino unglaublich gewinnt durch Sound und Ton und Bild. Ja, durch 3D, der leider im Heimkino verliert. Das haben wir, glaube ich, neulich über Aufbruch zum Mond auch gesagt. Mhm. Ja. Aber trotz allem hat uns der die Füße, die Schuhe ausgezogen im Kino. Wir waren geplättet. War für mich damals einer der Filme dieses Jahres. Und wir wissen, dass das kann. Und ja, dann haben wir uns... Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns einen Netflix, von Netflix produzierten Film angeguckt. Alfonso... Alfonso oder Alfonso? Alfonso. Alfonso. Alfonso Cura... Cura-Son. Cura-Hon? Cura-Hon. Cura-Hon. Wahrscheinlich diese komische Absurdung. Alfonso Cura-Hon. Für mich heißt der Cura-Son. Genau. Cura-Hon. Der hat Roma gemacht. Roma. Weil er auch einen Preis bekommen hat. Ja, ja. Der ein... Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der auch komplett in... Was ist das? Spanisch? Ja. Mexikanisch. Indigene Sprache. Indigene Sprache, genau. Mit Untertiteln. Und es geht um ein Hausmädchen in Mexiko-Stadt, die vor dem Hintergrund irgendwelcher revolutionären Aktivitäten damals zu der Zeit, von der ich leider wenig Ahnung habe geschichtlich, Hausmädchen in einem anscheinend wohlhabenden Haus mit drei Kindern ist. Und da geht es halt um die Geschichte dieses Hausmädchens und natürlich auch ihre Beziehung zu den Kindern und den Eltern, um die Dinge, die in dieser Familie passieren. Und ich muss sagen, der, ich fand den technisch von der Inszenierung her grandios. Also da merkt man einfach, dass da ein Meister seines Fachs am Werk ist. Also die Bilder, die Einstellungen, das ist so typisches Filmstudenten-Material, wo man seinen Filmstudenten zeigen kann und sagen, so macht man das. Ja, genau. Oder? Also das ist so wirklich auch diese Schwarz-Weiß-Kontraste einfach so bewusst einsetzend. Also dieses Medium Schwarz-Weiß, einfach merkt man, dass das richtig eingesetzt wurde. Und auch, wie gesagt, Einstellungen, Kamerafahrten, fantastisch gefilmt. Aber es hat mich von vorn bis hinten kalt gelassen. Ja, das war schon sehr langweilig. Ja, leider. Ja, leider, ja. Also er ist, wie gesagt, er ist technisch absolut brillant. Er hat ja den Gold, die Goldene Löwen. Den Gold, die Goldene Löwen. Den Goldene Löwen. Löwen. Nein, in Kahn. Die Goldene Löwen in Kahn. Nein, in Rom. In Rom. Ich kenne die Palme, war in Kahn. Bist du jetzt so ein Filmkenner vor dem Herrn? Ja, jedenfalls ist der mit Vorschuss Lorbeeren überhäuft worden. Ja, genau. Weil es gibt ja immer diese Filmplakate. Tausend Sterne, ja. Mit den Tausend Sternen, dann siehst du ja den Film nicht mehr vor lauter Sterne. Und genau so ein Filmplakat ist das halt auch. Ein Film des Jahres hier und beste Film dort. Ja, genau. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, woran es lag, warum mich das Schicksal dieser Markt oder dieses Hausmädchens so kalt gelassen hat, hat mich der Reporter Markt, oder uns beide einfach so kalt gelassen hat. Es ist ja auch nicht so, dass es keine bewegenden, erschütternden Momente gäbe. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber es gibt schon ein paar so Dinger, wo du sagst, boah. Ja, aber ich weiß nicht, lag es daran, dass wir halt ständig mitlesen mussten. Das ist eigentlich für uns kein Grund. Und wir haben auch Narcos ausschließlich mit Untertiteln geguckt. Ja. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es uns emotional nicht abgeholt hat, das Ding. Ich glaube, es ist halt einfach diese Figur der Cleo, das ist halt ein sehr, also in der heutigen Zeit ein sehr ungewöhnlicher Mensch. Weil sie ist halt demütig bis auf die Knochen. Also ist naiv, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Und sie ist auch ein sehr freundliches Wesen. Und da ist halt auch nicht viel Fläche. Also da ist, keiner kann so demütig sein wie sie, weil sie wirklich ihr Schicksal erträgt und erträgt und erträgt und erträgt. Und es gibt vielleicht einen Moment, wo sie dann einmal Schwäche zeigt, aber im negativen Sinne. Aber du hast da auch nicht viel Identifikationsfigur mit ihr. Also sie... Das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich sage, sie hat keine Kanten. Ja. Sie ist einfach zu glatt auch. Ja. Also sie bricht zwar mal aus, also so emotional ein bisschen, aber sie ist zu glatt. Ja, leider. Und... Man ist es ja schön, auch mal wieder so eine Figur zu sehen, wo halt wirklich, also... Wäre sie jetzt eine Katholikin und sie wäre jetzt irgendwie eine Nonne oder so, also der Papst müsste sie eigentlich heilig sprechen. Ja, so ungefähr. Also so eine Person ist sie, ja genau, also unter den Mägden, also... Ja, nee, also es liegt jetzt nicht, ich glaube, ich weiß es nicht, es gibt sicher Menschen offensichtlich, Menschen, die dem Film noch mehr abgewinnen können. Wir sind zumindest, können zumindest so weit beurteilen, dass wir, also durchaus das Handwerkliche halt einfach vom Inhaltlichen trennen können und sagen, das ist handwerklich einfach absolute, absolut meisterhaft. Aber halt inhaltlich hat es uns persönlich einfach nicht abgeholt, was ich schade fand. Und so ist der Film einfach so ein bisschen an uns vorbeigeplätschert. Ja, plätschert ist so. Vielleicht, ich meine gut, manchmal auf der Couch neigt man natürlich auch, muss man auch dazu sagen, also sicher auf einer Couch kann man ja auch mal einschlafen oder kann man, also... Ja, da driftet man auch gerne, also eher weg, als wenn man hier auf einem unbequemeren Kinosessel sitzt oder so. Da bin ich auch schon eingeschlafen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube auch, dass er mich im Kino nicht abgeholt hätte. Das hat bei uns nichts mit dem Medium zu tun, also wo wir ihn denn jetzt sehen, wie wir ja auch schon, ja, im Laufe dieser Episode schon mehrfach erläutert haben. Gibt es durchaus Filme, die uns auch im Heimkino komplett wegblasen, ja. Ja, dann haben wir wieder, ja, das Jahr wurde dann leider vom Durchschnitt beendet, haben wir noch zwei durchschnittliche Filme geguckt, in jüngster Zeit, also in der letzten Woche. Ja, wobei ich da, was heißt Durchschnitt, also ich finde ihn, glaube ich, nicht so schlecht, wie du ihn jetzt bewerten würdest oder du fandst ihn, glaube ich, nicht so gut. Also wir haben ja im Sommer auch, ich glaube, ich hätte ihn gerne im Kino geschaut, du wolltest ihn nicht schauen, wir reden hier von The Equalizer 2. Das ist ja auch wohl der, von Anton Fuqua, und das ist wohl der einzige Film, wo Denzel Washington in einer Fortsetzung mitmacht und weil ansonsten hat er sowas nie gemacht. Und zwar hat er sich keinen Gefallen getan, wenn es nach mir geht. Ja, wenn es nach dir geht. Also, wie gesagt, also ich finde ihn nicht so schlecht, wie jetzt alle immer sagen oder wie du sagst. Ja, aber das Ende, also es gibt wieder so einen Punkt. Ja, es kommt, genau, das immer wieder, das, naja. Darf ich? Ja, natürlich. Und zwar, das Einzige, was ich bemängle, ist die Location des Endes. Die ist wirklich albern. Ja, ich meine, es ist, solche Filme erarbeiten ein Muster ab und dieses Muster ist halt von A nach B, von B nach C und so weiter und so fort. Und das Ganze endet in einem Showdown. So, es ist halt diese übliche Westernformel. Also, es ist halt der, der, der gute Fremde, der in der Stadt halt ist und Leuten halt hilft. Und das ist er ja. Also, im Prinzip sind da Parallelen. Und dann trifft er, dann wird halt diesem guten Fremden, passiert dann halt was, dass er halt, eine Bekannte von ihm wird halt ermordet. Ich meine, das sieht man auch im Trailer und so. Und dann rastet er halt völlig aus. Ja, sind auf Rache. Dann sind halt auf Rache und dann geht halt, und das sind halt Dynamiken in den Filmen, da kann man auch, da kann man auch nicht ausreißen. Also. Ey, ich hab ja nichts dagegen, wenn ein Film formelhaft abläuft. Ja, genau. Es ist halt genau die Formel. Und das Einzige, wo ich halt bemängel, ist halt der Showdown, dass er an dem Ort, wo er abspielt mit dem Wetter, dem dazu gedichtet wurde. Das ist schon albern. Also, aber ansonsten, ich mag halt die Rolle. Ich mag die Figur. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu ihm. Ja, ja, die Figur mag ich auch, stimme ich dazu. Ich mag die Rolle auch. Ich mochte die Equalizer gerne. Also, den ersten, den fand ich überraschend gut auch. Den haben wir auch nicht im Kino gesehen. Aber ich, da habe ich mich wirklich geärgert. Also, bei Equalizer 2, gerade das Ende, es gibt einen Punkt, und das kann man jetzt nicht näher definieren, ohne zu spoilern, aber es gibt so einen Punkt in der Geschichte, wo eine vollkommen überraschende Wendung passiert. Und das war jetzt ironisch gemeint. Und ab dann nimmt der Film einfach eine Richtung, die ich einfach nur Banane fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, der Showdown und den Ort, den man dafür gewählt hat, ist ein Punkt. Aber auch, wie der Showdown selbst abläuft oder auch, wie die Figuren da hinkommen, das entbehrt einfach aus meiner Sicht jeglicher Logik und vollkommen nicht, also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und das hat mich dann am Ende einfach so geärgert, dass ich die positiven Aspekte des Films, die ich gerade so in der ersten Hälfte dem Film ja auch nicht absprechen möchte, das macht mir das alles madig. Ja, aber ich finde es halt nicht so schlimm. Ich kann es dem Film verzeihen. Tja, das ist schön. Wenn du dem Film verzeihen kannst, ich kann ihn nicht verzeihen. Gut, dass wir den nicht im Kino geguckt haben. Ja, stimmt schon. Im Nachhinein war es schon gut, dass wir mich im Kino gesehen haben. Ja, und dann schließen wir mit dem letzten Film des Jahres. Ja, wir haben gestern einen Film, den man nicht im Kino gucken kann, sondern nur auf Netflix, weil es eine Netflix-Produktion ist. Ja. Und zwar? Und zwar, man kennt ja die Serie Black Mirror und unter dem Aspekt, also unter dem Namen Black Mirror wurde jetzt ein Film gemacht, der heißt Bandersnatch. Und Bandersnatch ist, ist das jetzt der erste interaktive Film? Nein, aber es ist der erste, der auf meinem Radar erscheint. Okay, gut. Und zwar interaktiv in dem Sinne, dass du das in dem Film die Handlung mit beeinflussen kannst. Man kennt es ja aus Computerspielen, dass dir eine Frage gestellt wird und du hast dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten und dementsprechend, wie du dich dann entscheidest, so verläuft dann auch der Spieleablauf oder in dem Sinne hier der Filmablauf. Und nachdem wir es dann erstmal geschaut haben, wo wird es denn, weil es wird nicht von jedem Gerät unterstützt. Ja, doch, da geht es ja schon los. Ja, da ging es halt schon los, also quasi über iTunes, also über die Apple TV. Apple TV geht es, die VOS geht es nicht, nein. Hat es nicht funktioniert. Wir haben dann die Playstation aktiviert und haben ein neues Update drauf gemacht und dann ging es. Über das Handy hat es, über mein iPhone hat es auch funktioniert. Über dein Android hat es auch funktioniert. Aber halt nicht auf dem Fernsehen. Genau, also man muss halt, und zwar wird das Ganze, wie diese Interaktion dann funktioniert, wird mit so einem Stern markiert und sobald ihr das auf dem Plakat halt seht, wisst ihr, ah, okay, ready to rumble. Und genau, und dann geht es halt los und dann schaust du dir halt den Film an und dann tust du halt immer entscheiden, was irgendwie, finde ich, im Nachhinein finde ich störend, dass ich innerhalb des Filmschauens gezwungen werde, die Fernbedienung zu nehmen und so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt so? Es ist geil, dass wir jetzt zum Ende des Jahres eigentlich noch diese Diskussion aufreißen dürfen. Interaktiver Film, ja, nein. Oder die Zukunft des interaktiven Films. Ich finde das ein total spannendes Thema eigentlich. Aber vielleicht Black Mirror, für alle, die es noch nicht kennen, es gibt vier Staffeln von Black Mirror. Black Mirror zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es halt, ich sage jetzt mal, Aspekte des modernen Lebens aufgreift und sie überspitzt meistens ins Negative, also die negativen Auswirkungen unseres Lebens, also der, wie sagt man denn, Aspekte unseres Lebens aufgreift und halt überspitzt darstellt. Meistens sehr dystopisch, keine Wohlfühl-Serie, aber absolut faszinierend und großartig. Und wir erwarten Hände, also wirklich, wirklich händeringend auf die nächste Staffel eigentlich. Und dann hat uns das ziemlich überrascht, hat Netflix auch ziemlich unter Verschluss gehalten. Ja, das stimmt. Es wurde gar nicht so großartig angekündigt. Genau, aber wie gesagt, interaktiver Film. Du hast es schon beschrieben, du bist halt an verschiedenen Stellen im Film dazu gezwungen, eine Antwort zu wählen, meistens halt eine von zweien. Ja, das machst du halt über die Fernbedienung. Und ich fand das erstmal total abgefahren. Also das ist so ein, naja, das ist so ein, also vollkommen andere Art, einen Film zu gucken. Ja, manchmal war es dann auch so, was, jetzt muss ich schon wieder. Ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wie die Handlung weitergeht. Aber sie nutzen diese Entscheidungen halt auch wirklich, um, also filmisch, es ist nicht nur so, dass man einfach so vollkommen geradlinig einfach den Film von Anfang bis zum Ende steuert, sondern sie nutzen das auch intern für solche Schleifen, wo du wieder zurückgeworfen wirst. Und das wird dann auch so ein bisschen Mindfuck, wo du halt... Weil du ja offensichtlich dich für was Falsches entschieden hast. Genau, und sie spielen halt mit dem, mit diesem Aspekt, dass du derjenige bist, der den Film kontrolliert, da will ich jetzt nicht spoilern. Sie machen das sehr clever zum Teil. Ich fand's wirklich, es ist halt wirklich abgefahren. Also das ist ein Konzept, wo ich sage, also auch die Art, wie der Film damit umgeht, weil es eben nicht so linear ist. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn man viele Computerspiele spielt, dann kennt man ja diese Logik, man spielt bis zu einem gewissen Punkt und man stirbt. Und dann setzt man halt einen Speicherpunkt zurück, also lädt halt neu und versucht's nochmal. Oder es gibt auch durchaus Spiele, die eine Story erzählen und verschiedene Enden anbieten, so wie jetzt Bandersnatch ja auch. Und du sagst, okay, wenn du mit dem Ende nicht zufrieden bist, dann gehst du zurück an den letzten Speicherpunkt und änderst deine Entscheidung nochmal ab und spielst dann nochmal bis zum Ende hin. Und genau da hakt bei mir Bandersnatch. Ja, genau. Weil es macht durchaus das mit diesen Schleifen. Ja. Ein paar Mal, dass du sagst, okay, du hast jetzt offensichtlich eine Entscheidung getroffen, die der Film quasi von dir so nicht haben wollte. Also der will eigentlich in eine andere Richtung gehen. und geht in so eine komische Schleife und ja. Aber ab da hört er dann irgendwann mal auf. Ja, normalerweise hätt's ja dann, der Film sagt ab einem gewissen Punkt, sagt der Film halt so, okay, wenn du dich jetzt halt dafür entschieden hast, dann ist das Ende halt so. Ja, Punkt. Genau. Und das war aber so ganz offensichtlich nicht das Ende. Also das Ende, das du sehen willst eigentlich. Ja. Was ist aber, wenn es das wirklich ist? Nee, ich weiß, ich hab schon nachgeguckt. Ach so, schon, okay. Also, anders gesagt, es wäre clever gewesen, und wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen, wenn der Film uns ein Ende präsentiert hätte, dass von dem, dass so gut, also so befriedigend gewesen wäre, dass sie gesagt hätten, okay, das wird's wohl gewesen sein. Also, dass wir keine Ahnung davon gehabt hätten, dass es wohl was anderes geben muss. Aber wir beide haben zumindest mit unseren Entscheidungen ein Ende herbeigeführt, das so semi-gut ist, dass du hundertprozentig weißt, dass es ein anderes gibt. Ja. So, aber jetzt ist der Film zu Ende. Jetzt gibt's keine Schleife mehr, wo du sagst, du springst jetzt einfach nochmal, also der Film führt dich ein paar Szenen zurück und sagt, bist du sicher, willst du nicht noch anders entscheiden? Sondern wir müssten diesen Film jetzt eineinhalb Stunden nochmal komplett von vorne angucken und wieder alle Entscheidungen treffen. Und da haben wir gesagt, nee. Jetzt kommt der absolute Punkt oder der absolute Haken. So gut ist die Story dann nicht, dass ich mir das nochmal antue. Genau. Faszinierend. Ja. Ein Experiment mal wieder, eigentlich genau unser Ding. Ja, experimentelle Sachen. Aber ich finde das Konzept des interaktiven Films insofern, also ich brauche sowas nicht. Und ich sage auch, warum ich sowas nicht brauche, weil wenn ich sowas haben will, dann spiele ich Computerspiele. Ja. Also es gibt, also verstehst du, es gibt mittlerweile so gute Computerspiele, die ich persönlich als interaktive Filme bezeichnet wurde. Detroit, Becoming Human ist das beste Beispiel. Ja, Wahnsinn. Das hat natürlich einen deutlich höheren Grad an Interaktivität. Das hat wieder für Computerspielverhältnisse wenig Interaktivität, aber für einen Film viel. Und es ist genauso der, wie im Neudeutsch sagt, dieser Sweet Spot, der für mich das Ding einfach erlebenswert macht. Das gibt mir den Eindruck, ich beeinflusse das aktiv und da hast du auch viel mehr Entscheidungen zu treffen und viel nachhaltiger. Ja, weil vor allem halt die Entscheidungen, ich meine, das geht ja jetzt erstmal los mit diesen Frühstücksflocken. Welche Frühstücksflocken, die oder die. Wo du dann denkst so, haha, ja, dann nehme ich jetzt mal die Frosties oder so, keine Ahnung. Und dann ist es letztendlich doch nicht so viele Entscheidungen, wo du treffen musst. Das Problem ist auch, dass die durch diese Schleifen, die sie dann eingebaut haben, hast du irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass das, was du entscheidest, tatsächlich Konsequenzen hat. Naja, du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, du hast dich für etwas Falsches entschieden. Naja, oder ist es eh egal, weil der Film geht halt dann einfach wieder zurück und dann machst du es halt nochmal. Und dieses Gefühl, also das finde ich halt das, was mir den Spaß raubt dann. Ich habe nicht den Eindruck, dass das, was ich entscheide, zu diesem Ende führt, sondern ich werde immer wieder so zurückgeführt an Stellen, wo ich mich offensichtlich, oder der Film meint, ich hätte mich falsch entschieden. Und dann hat für mich das, was ich tue, nicht die Konsequenz, die ich gerne hätte. Ich hätte mir in dem Punkt eigentlich genau dieses Lineare gewünscht. gesagt, ich entscheide, es geht weiter, ich entscheide, es geht weiter, ich entscheide, es geht weiter, es gibt ein Ende. Und ich weiß, dass meine Entscheidungen dieses Ende beeinflusst haben, aber es fühlt sich, es ist eine Belohnung oder Bestätigung dessen, was ich alles entschieden habe. So läuft es normalerweise. Aber auch so dieses erzwungene Zurückspringen. Es gibt dann eine Interaktion, die wollten wir einfach nicht machen und dann irgendwann mal kamen wir aber an den Punkt, wo wir es haben machen müssen. Und das ist dann halt, ja, fand ich nicht so gut. Ja. Nee, also es war, es ist ein Experiment. Ich würde es auch jedem empfehlen, das mal zu machen, wenn ihr ein geeignetes Endgerät habt. Wie gesagt, auf Apple TV habt ihr leider ja Pech. Ich glaube, auf Fire TV müsste es gehen. Ja, vielleicht war auch Apple TV einfach noch nicht bereit für das, weil wir haben ja auch erst mal die Playstation updaten müssen. Nee, nee, das war auf der aktuellen Version. Geht nicht. Habe ich nachgegoogelt. Ach so, na gut. Geht nicht. Du googelst einfach mehr wie ich. Nee, ging nicht. Ich wollte ja eigentlich wissen, ob das das Problem ist, aber da hieß es, nee, sollte einfach nicht. Okay. Schade, schade, geht halt nicht. Wie gesagt, Playstation App geht es und ich glaube, Fire TV müsste auch gehen. Android, iPhone, iPad geht es auch. Ja. Ist auch durchaus was, wenn man mal im Schlafzimmer auf dem iPad auf dem Schoß gucken kann, sich das mal antun kann. Ja, das muss jetzt nicht die Riesenleinwand sein. Nein, das ist jetzt filmisch nicht. Ja, es ist ein interessantes Experiment aus meiner Sicht passend in diesem Black Mirror Universum. Es passt schon rein in dieses bisschen abgedrehte, dystopische, wobei das ja in den 80ern spielt. Ja, wo mir, also am Anfang fand ich cool 80er und dann ist mir es irgendwie abgegangen. Dann war es nicht mehr so gegenwärtig. So wie jetzt zum Beispiel in Ready Player One. Ich habe so ein bisschen so das Parallelen, aber dann irgendwie doch nicht mehr. Kein mir egal. Ja, war jetzt kein, kein, wie sagt man denn, kein Höhepunkt, auf dem unser Jahr so geendet hat. Das macht aber auch nichts, muss ja nicht immer alles, wir gucken uns ja gerne sowas an und ja, wir warten dann halt lieber auf die fünfte Staffel. Genau. Ja. Schön, wow. Doch fast zwei Stunden. Doch fast zwei Stunden. Wobei ich gesagt habe, aber nicht, lass mal wieder zwei Stunden reden. Ja, das geht ganz schnell mit uns beiden. Ja, genau. Nee, ich finde, wir haben eine schöne Länge hinbekommen, unser Jahr durchstriffen, durchstroffen, durchstreift. Durchstreift. Und hoffen auch, vielleicht war ja noch der eine oder andere Tipp für euch dabei, den ihr noch nicht kanntet. Wie ihr wisst, alles, was wir heute besprochen haben, ist irgendwo, irgendwie auf Amazon, Netflix oder Apple TV zu gucken. Zu leihen. Zu leihen oder vielleicht auch kostenlos. Genau. Vielleicht habt ihr ja auch die eine oder andere Warnung mitgenommen. Das wäre natürlich auch gut. Oder sagt, okay, die beiden haben gesagt, davon sollen wir die Finger lassen. Vertraut uns. Ja. Ja, dann bleibt uns an der Stelle eigentlich nur uns mal ganz, ganz herzlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Ja. Für die Treue, weil uns gibt es ja jetzt doch schon eineinhalb Jahre. Das ist schon krass, gell? Das ist unser zweiter Jahresrückblick, also die Zeit vergeht wie im Flug. Wir versprechen euch, dass wir natürlich auch im kommenden Jahr wieder ins Kino gehen werden und auch im kommenden Jahr wieder über die Filme berichten werden, die wir gesehen haben. Ja. Und was wir euch in Aussicht stellen können, ist auf alle Fälle die nächste Episode. Wir werden uns wieder einen Serieneintopf köcheln. Weil wir sage und schreibe 16 Serien geschaut haben seit dem letzten Serieneintopf. Und das ist halt wirklich, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer mitgeschrieben, weil es ist halt dann im Nachhinein, also nicht, dass das Ganze, ja es wird halt einfach ein Eintopf. Also deswegen, weil es ist jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, aber es verschwimmt dann halt alles so und dann ist es halt wirklich schwer auseinanderzuhalten, was haben wir denn jetzt alles geguckt? Also wir wissen schon noch, was wir geguckt haben, also so dement sind wir jetzt nicht, aber wir wissen es nicht mehr zeitlich einzuordnen. Das ist unser Hauptproblem. Wir tracken zwar alles mit, zum Glück, weil sonst wüssten wir es nicht mehr, aber ja, wie gesagt, unser nächster Serieneintopf steht bevor, weil jetzt auch kein Kinofilm uns unmittelbar ins Kino zieht. Mitte Januar aber. Mitte Januar vielleicht, aber das wäre so unser Ding vielleicht, dass wir Serieneintopf kommt auf alle Fälle, weil auch das, die vielen durchschnittlichen Filme, die uns da so jetzt in den letzten Monaten immer wieder begleitet haben und jetzt auch das mangelnde Kinoangebot einfach wahnsinnig in Richtung Serien gedrückt hat. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, geben wir das Wort an unsere Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr uns Feedback oder Unterstützung geben wollt, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Ihr könnt diese und natürlich alle anderen Episoden kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Unterstützen via Flatter. Ihr könnt über uns bei Amazon einkaufen. oder anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden und natürlich auf kat.exklamatio.de Genau. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Genau, wir haben ja jetzt den 30. Dezember. Ja, das heißt. Morgen ist dann der 31. Das heißt, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Und uns gewogen. Uns gewogen. Das ist auch wichtig. Und bleibt happy. Das ist auch wichtig. Und bleibt einfach so. Einfach so, wie ihr seid. Bleibt einfach sitzen. Bleibt unsere Hörer und bleibt gesund. Bleibt einfach sitzen da draußen. Ja, einen tollen Start ins neue Jahr. Lass das Jahr möglichst stressfrei beginnen. Möglichst ohne Böller ausklingen. Im Haar. Keine Böller im Haar. Überhaupt nicht. Nein. Keine Böller. Ja, am besten gar keine Böller. Am besten gar keine Böller. Und am besten gesund ausklingen lassen. Stressfrei. Ins neue Jahr. Habt Spaß. Aber nicht so viel. Nein. Ohne Böller. Dann bis nächstes Jahr. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.